Da war man anständig. Doch muss man! Doch! Doch! Doch 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 doch! ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nein, ich brauche So, bin wieder da Ja Kommt schon fast eine Führung des Zehen raus, hm? Ja, kommt diese ja noch hoch, Abend ist besser Mh Hallöschiii Walpiiiis AIIss olm cing bp tweela amusing Was? Irgendwie... Ah, ah, ah! Kennst du das nicht? Tschang, tschang, bing, bing, bing Kennst du das nicht? Nee, darf ich jetzt kacken Ach da, irgendwas da Kinderding da wobei YouTube ist Das machen die da immer da so komische Schriegen die da was weiß ich da ist das alles im Graben bisschen Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir schon gespielt, jetzt haben wir unsere Aufgaben gemacht, äh, bei Bi Wir sind ja fertig Bis du kommst, Tilda, haben wir schon die Wurst gegessen Nächste Woche musst du dabei sein, bei Bi Da brauchen wir Hilfe Nächste Woche, ja Da haben wir viel zu tun, bei Bi dann Ja Ja Da können sie gerne mitmachen Ja Ja Ich bin in der Crewlobby Ich bin auch Ich hab von oben auf den Parkplatz Park Ja Hab irgendwie von hinten geschickt Boah Nee Okay Okay Hallo Gesamme Hallo Gesamme Hallo Gesamme Hallo Gesamme Hallo Gesamme Hallo Gesamme Ja 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 Okay, alles gut Na weiss, ist doch okay Und schau mal ins, äh, ja Müsste auch mal gucken, dass du deine Sachen machst, das ist doch auch wichtig, weiss ja Ja, ne, das Problem ist, vormittag will ich ja mit Vater noch, wenn man noch schnell ins, also besser gesagt, nicht ins, sondern wenn man noch schnell vom Baum abfahren und nochmal zu expert. Achso, wie geht denn Dieter machen, gell? Ja, genau. Naja, und dann eigentlich will ich dann noch ein bisschen was machen. Naja, vielleicht kann ich mich für zwei Stunden mal nochmal online mal sehen. Alles gut, ja. Gute Zeit hast, aber weiße, wenn ich dich wäre, würde ich erst mal danach gucken, mach's erst mal fertig, du kannst immer noch kommen, alles gut. Ja, ja, alles gut, ich werde alles gut. Muss ich da nicht abhitzen oder irgendwas, gell? Alles gut. Nee, nee, alles gut. Machst du auch mit, Weiby, oder bist du noch draußen? Elie, alles gut mit dir. Da funktioniert es nochmal, ok, dann macht er gut. Ich bin, ich habe guckt auf die Karte. Welches Auto empfiehlst du, Hunter? Er sucht irgendein SUV. Ist egal welche, ich habe mich von einem SUV genommen. Ja, bei SUV, wir können dann nachher nur ein anderes Thema nehmen. Nee, alles gut. Können wir auch wechseln von hier aus dann, ja? Ja, aber erst mal sagen wir SUV, dass wir mal verschiedene Themen haben. Ja. Viele haben nur, weil ich eigentlich doch besser finde, wenn wir mal verschiedene Themen haben. Ja. Ich bin oben oben. Das sind live. Dann Ment strakt die Löwen. Ich muss einmal hoch fahren bei den Broten. Call min chobo. Hallo بهasta. Ja man solche gleich mitnehmen? Wenn du dein Auto hast. Ach so, was soll das nicht? Spieleliste machen wir mal später dann, wir machen uns erst ein bisschen Tuning-Treffen und dann machen wir mal Spieleliste dann. Wir machen auch mit zweifach RP und so, da ist sowieso noch ein paar anderen rein dann. Oh Gott, wo habe ich den denn? Ah, bei den Dingern bestimmt, oder? Äh, Aventur, oder? Bestimmung? Ach da, er stand doch ab. Wir bringen uns zwei rein. So! Ja! Da steht er. Äh, wo? Ach da. Äh, warum steht der da oben? Ich muss da oben, nach oben hinkommen. Ich bin ganz da oben. Äh, 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 ich gucke ich dir das schaffen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Geil ist aussehen, gell? Keine Luftfahrt kommt der. Ja, wir sind nur Mod-Party, äh, Tucho. Keine Party mehr. Nur für Mods. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Boah, das kann ich ein bisschen schryfen, oder? Aber ich finde die Mission auch immer cool, wie man diese Autos holen muss und so, gell? Hm. Ganz safte Abzett, warte. Kann ich mich Ihnen noch mal lösen? Achso. Bitteln, waren noch. Oh mein Gott. Das ist ausstrengend, Damund. Leute, hört den Zunahme, ich sehe zum Blatt ASK. Damund, ich dachte, ich lasse mal einen Schuss. Was ist das denn? Ich habe das nicht, okay? Ich habe das nicht aus dem unbeziehen. Ich habe das nicht aus dem Beziehungsstätte Arbeit. Man kann das nicht aus dem einbeziehen. Herr was mit meinem Auto passiert Dein Auto habe ich auf der anderen Seite Ach so, was ist da hin? Ah, willst du zu dem Van gehen, gell? Ja Die Vegan holen, gell? Warte mal, habe ich die überhaupt noch? Wenn wir Tunnel treffen, würde ich den trennen Nene, er will die nur kaufen schnell Ach hier, ja Was will die kaufen? Ach so, die Vegan Die Vegan müssen noch kaufen, ja Die wurde mir nämlich gerade angezeigt, was ich bin Ja, ich sehe den gerade da, dass er da ist, ne? Ja, deswegen Ich habe mich gerade nämlich gewundert, was das da ist Okay Das ist der Waffen-Wenn Genau Jo, ich hab's Nice Warte, ich komm hoch Kostet die bei dir auch so viel? 750.000 oder? Winstiger Ja, okay Die hat glaube ich aus Winstiger Die war ein bisschen Winstiger Okay Ja, dann ist er wahrscheinlich auch im Team So, jetzt können wir rüberfliegen Ja, zieh sich an, du Räuber Jo Ich will mal die Dinger hier So noch rüber tragen Sollen wir den auch noch gleich rüber mitnehmen? Ja, den kann man gleich rüber Ja, oder? Ja Ja Warte, Hugo, wir nehmen die Schlitt Bleib stehen, ja Jo Ja Ja Das tut, Hugo Ja 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 Das Thema ist SOV SOV, ja, musst du nehmen So, so Hallo Hallo Nice Das habe ich auch die Räuber Ja Das ist wegen dir Ja Da kann ich uns nur aktuell Ja, nur aktuell Ja, nur aktuell Ja, nur aktuell Ja, auch haben wir noch Da, mein Mann, da, mein Da, mein Mann Ja 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 Nein Ja Ja, stopp Warte, warte Warte Wir sind, gerade mal Ich wollte rufen Was, oder? Was, oder? Was, oder? Doch, oder? Was, oder? Was, war, mein, Mann, war, Mann, war, schlauwen, guck mal, guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Dann muss, stimma die Waffe, guck mal Guck mal Prozent wie das nicht für die Erzüglichkeit dort das Leben im Spiel ja so ist es nicht für die Füße Und dann. Komm mal, komm mal. Jetzt geht's. Wegen. Ich krieg's nicht so gut. Bei dir aber nicht irgendwie, ich sehe jetzt nix. Naja, bei mir aber immer nachher, das ist... Ja, ja, ich weiß. Entschuldigung, hab's gelesen, alles gut. Na gut. So. Oder hat er einen Geländewagen? Irgendein Geländewagen hat jeder. Geländewagen oder irgendwas? Wo wir auch so ein Geländewagen waren. Kannst du mal deine hintere Tür ein bisschen zu machen? Sehr offen. Und, 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 obwohl ich ein Gedeing-Auto Fabius... Die ist leicht offen. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist ab und zu der Bach. Jol. Jol. Jetzt! Jetzt ist es auf. Ja? Komischer Backl. Ja, komischer, ja. Komischer. Ja, doch so. Ja, sieht so aus. ja und die kluft war dann muss ich woanders so ist ja wir arbeiten damit gut aussieht . Naja, kommt doch schon wieder diese Musik da, Alter. Zinkotzen, ne? Die heizt. Oh, ich liebe ihn. Was machst du da? Einen scheiß Kofferraum geht nicht so. Ich mach doch mit Werkebedünung. Wo hat denn der Typ jetzt mein Auto hingestellt? Sag mal, bitte nicht farschen oder was? Ja, hier, wenn du das da bestellst, ist es schwierig immer da. Das ist blöd, dass er das nicht da genau parkt. Weiß ich, das wär schon besser. Das geht ja schon wieder auf, der blöde Kofferraum. Das gibt's doch nicht. Hab kaputt immer. Ich seh's im Zwiebern. Geht der Kofferraum einfach rauf. Ist da eine Leiche drin oder was? Oder jemand, wo der Rausch im Geist drin oder was? Alter, fühl dir mich... Wo hat der denn noch nie... Alter, jetzt lach ich den ganzen Steiß Parkhaus hier wieder hoch oder was? Ja. Hast du mich lachsend oder was? Geh doch am besten auf die Straße unten und bestellen da, dann ist es besser. Ja, du kannst nur auf die Straße beschenken. Hab ich euch vorher gesagt, aber ihr habt noch viel an die Suche gehört. Ich hörte ja nie zu. Was hast du gesagt? Aber die würden immer Geld haben. Was hast du denn? Ja genau, die würden immer das Geld haben und immer das Beste, gell? Die wollen nur unser Bestes, unser Geld. Was hast du gesagt? Ich weiß, ich war zu gut. Ich weiß eben noch was ich gesagt habe. Aber ganz schnell verpäschen. Was? 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 Äh, zu geil, ey. Ja, ich weiß es ist wieder sicher. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Was ist jetzt passiert? Nein, ich weiß nicht. Wunderschöne. Nee, hätte ich Feuer auf Werbung machen müssen, ah, egal. Moin moin, Blatty, büß dich, was geht? Wenn du dann siehst, was du dann στην? Wenn du dann die IF gar nicht mehr aus quoi. Ah! Wofür hast du den Heben? Das weiß ich nicht, ich habe den noch nie so gemacht, ob der geht. Kann ich dir ja nicht sagen, ob der gepächt ist. Das weiß ich nicht genau. Ja, den Enus kannst du nehmen, Togo. Wenn du kein anderes Auto gerade im Moment hast oder so, geht es schon. Ich glaube, Gelände von OTS-SW ist ganz okay. Erstmal. ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin kein Willer da, ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Dann gleich wieder Untertitelung des ZDF, 2020 So, wieder dran, hier rein So, wer will mit Bangen Tuning treffen hier? Niemand hier Ich weiß, ich glaube, ich sehe gerade, dass wieder so viele andere Leute Tuning treffen, ob so viele heute bei uns kommen, ist die andere Frage. Ich merke, dass heute wenig Geld wieder los ist. Im Auto rumstehen ist dann jeder, oder? Ja, ich mag einen zu tun, aber ich weiß ja nicht, dass wir die anderen Beinwahrt machen. Keine Ahnung. Ja, warte doch. Komm her, Schatzi. Ja, langsam. Ja. So, der andere noch, komm. So, jetzt perfekt. Jetzt kann ich wieder spielen, Schatzi. Warum tschüsst du eigentlich auf mein Auto? Böse Junge. Böse Junge. Böse Junge. Böse Junge. Böse Junge. Böse Junge. Nein. Oh, Ritunker mit einem SUV. Cool. Und so schützt der Wille auf mein Auto. Ach, schluss. Na, komm. Ah, na. Geh mir kurz jetzt noch auf. Jo. Ja. 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 Oh, gibt so eine Sau da. Hallo, guck doch. Mhm. Villa ist auch da. Ja, ist das noch gut. Jetzt sehen sie ja alle hier. Ja. Ja. Das sind ja schon ein paar bisschen. Oh, okay. Ja. 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 wenn wir einen Tag haben, immer ein bisschen die Uhrzeit. Ja, sowieso klar. Braucht jemand einen schwarzen Joker, irgendjemand noch, der Kinder fragt? Ja, wir sind gerade in Thun-Interesse. Ja, aber später vielleicht. Niemand braucht oder so. Jetzt haben wir sogar ungemottete, ungemottete. Ja, warum muss ja nicht alles gemottet sein? Nee. Jetzt habt ihr einen anderen geschnitten. Soll man sich noch eine Frau dazu holen? Nein. Ja, wir können gleich in einen anderen Jumppunkt fahren. Aufnahmen habe ich schon gemacht. Aber ich warte bis die Sonne noch ein bisschen weiter unter ist, dann geht die Aufnahmen nicht weg. Ja. Ja. Ja, ist doch nicht schlimm, wenn du den nicht hast. Alles gut. Mach dem nix. Alles gut. Alles gut. Alles gut nach oben vor. Ja. Alles gut. Halbe Stunde noch, ja, dann kann ich noch ein bisschen spielen, Schatz, aber. Okay, dann bin ich ja heuer, aber. Ja, ja, alles gut, okay, Schatz. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. den Tag immer noch kommt die Welt war und jetzt hat die Neuze nach oben machen er war schon wieder gesagt wir haben wir auch mein Wort auch mit dem Konzert hat die Neuze die Neuzehntel er ist okay ja auch Kumpel am Abend Hälfte Hälfte mit dem Wetter mit dem Wetter und die Handlung ist wie jetzt Ich kann noch so lange schaden, aber ich weiß wie ich bin. Meine Güte. Ich frage, wo fahr' man hin? Die hat sich in der Arena. Fahr' zu Arena. Fahr' zu Arena. Nein, da habe ich nicht. Ich habe schon nicht in der Arena. Du hast auch viel Lack gebraucht. Nein okay, alles gut. Was dachte ich, dass ich hier nicht noch in deinen Auto' den Schießer? Ja, Waffenverbot, denk' dran. doch der nächste ja Was ist das? Oh mein Gott, das ist ein Wunderbar, das ist ein Wunderbar. Was ist denn hier? Ja, warum fährst du die Abwickelreihen, Hähmann? Mein Durst, ich höre sofort auf mit Tuningfest, wenn du so weiterfühlst. Das ist der Dubster, den du hast, Thunderbell, oder? Genau. Ja, Mann. Dubster, oder? Oder heißt der nur Dubster? Nudaxa heißt er. Er ist ja Nudaxa. Ja. Ich fand er mir auch ein bisschen gebraucht hat. Der Auto passt hier nicht. Weg mit dem ein. Nein, ich fahr den nur ein bisschen weiter selbst, weil der da nicht geht. Turco hat sich wieder in die Luft gejagt, oder was? Wie macht ihr das immer Leute, dass ihr immer die Cops holt? Ja. Ich hab vorne, bei mir hab ich direkt reingestimmt, gar keine Cops, gar keine Waffen, gar keine Mk2 und gar keine Mk1. Keine Waffen, gar nichts, keine Cops hier bitte. Ja. Ich will nichts mehr sehen hier jetzt. Und halte Autos von Willa. Der kann den Autos wirklich wieder einladen. SFI und Geländerbahn. Hat er doch nichts, hat er gesagt. Ja, da muss er so lange Warte wie ein anderes Thema beihaben. Da muss er den Autos so lange einladen. Okay, alle mal bitte zu mir hin. Also sie sind alle. Ich könnte erst mal den SUV aussuchen, welches Auto ihr am besten findet. und dann da kann jemand den thema ausrufen der gewonnen hat der auto klasse bürger auch der auto in Europa und auch ganz was in die Gefühlt soja mit Perleffekt rot Na alle bei mir im Auto, okay dann hat die Mehrheit eh gewonnen also da da und du darfst du einen anderen Autothema aussuchen oder irgendeinen anderen, der Bock hat was soll man denn nehmen, oh je es gibt es gibt so viele Automarke oder BMW oder Autrys es gibt so viele Möglichkeiten, Damund Cyber, oder? was für ein Thema willst du denn haben, Damund? du entspaltet da man nicht gleich die Axt hier ne ne, das ist nur die Taschenlampe da weg machen, weil dieses Mal muss es da immer anders weg sind bis es gespielt so, was können wir da mit nehmen? boah das sucht dir eben ein Thema aus hehehehe you need something, huh? when you ride? let me know machen wir mal Motorräder, huh? ja machen wir machen, ok Motorräder hallo moin moin Schwanzke, was geht? boah 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 hallo boah 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 hallo 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 was du denn? ist wieder nur Blitzen hier boah ich kann laufen wo man sich dann hinlaufen auch mein Gott hallo Tuning-Treffen machen, meines Mal machen wir hallo sieht man doch, oder? oh, der Hinschel hat den Titel auch dran, ey ich versteh es einfach nicht ja, klaro, komm einfach rein Stell dich mal hierher, da unten. Wo? Zu dir? Hier in der Mitte. Hier in der Mitte. Hallo? Hallo? Hier mit dem Deathbike. Haha. Ja. ja ah nein, nicht der beibehalten was meine Sanktus Ich bin der Beste, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Hier ist ein Stück Stück da. So, das ist ein Stück Stück. Und auch hier. Dann kann man mit die Wand. Ja, dann können Sie gerne mal eine kleine Motorradtour machen. Oh ja. Die Oma-Rolle. Ja, bei mir kann ich nur alleine mit dem Motorrad fahren. Ja, die sollten hier alle hinterher fahren. Ein bisschen kleine Motorradtour. An welcher Kante bin ich denn jetzt hängen gefließen? Oh, klar, wieso? Was machst du da? Was war das denn jetzt? Ja. 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 Überrollen. Nicht überfahren. Ja. 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 Ich fahr echt nicht so schnell. Ich weiß nicht, ob ich alle hinterher bin. Ja. 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 Das braucht einfach dann. Ja. Ja. Das Cart button. und alle vielleicht Nein, kein Giftglas, ist vorbei, oder? Steht nicht mehr da. Wir wollen jetzt zu einem Treffen. Dann wird jetzt neulich immer ein Titel, was wir machen. Wir müssen mal ein bisschen den... Lest du erstmal den Titel, Leute. Aber das ist überall, überall ist das genau das gleiche wie diese mit dem Titel. Was wir machen, dann muss ich genau machen. Wir machen es gut, nicht selbst, oder wir machen es gut zu trennen. Oder eben in allem anders. Ja, kommt doch gechillt zu uns, alles gut. Wir stehen ja dann gleich dort. Ja, wir machen nur gerade eine kleine Motorfahrtour. Alter, voll gecrashed, ey. Mit dem Schuhbau. Alles gut, nichts passiert. Ich lebe noch vor. Noch? Ja? Gut. Was seid ihr denn überhaupt? Wir sind in unserem zweiten Jero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero. Ich bin... Ja, ich bin von da. Oh. 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 Ich sag doch, ich mach... Ich sag doch, ich mach eine kleine Tour. Oh. Oh. Aber nee, ich hör' einen Damen, du hör' dich gar nicht mehr zu. Nein, nein, ich hab doch gehört, natürlich, aber... Ich frag doch nur, wo du bist, weil ich dich nicht gesehen hab. Weißt du, das meine ich doch. Ich weiß doch, was du meinst. Oh. Oh Fabius. Moin, Moin, Dobi, was geht? Moin, Moin, Dobi, was geht? Huerer! Wir machen... Schreit mal rein. Da hast du mir drauf hab's hier. Ja, Mann. Ja, du... Jaa... B, 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 B. Nein, ich kaufe an. Könnten wir jetzt abschießen lassen? Nein, du fiffst niemand ab. Weil ich leid, dann will er alle mit Waffen benutzen. Darauf hab ich mir backen Bock. Ich hätte keiner hier mehr. Es würde aussehen wie jemand. Ach, mann alle. Nein, ich fliege. Ja, da kannst du hoch fliegen. Okay, die Tür steht weiter. Ein bisschen noch. Au. Ich mach doch wieder nur um den Märchen da. Bitte. Ja, du komm mal drinnen. Also, sag doch mal. Was? Nein, wir waren nicht überall ein bisschen nennen. Das schlägt. Ja, das ist gut, weil ich mich hinterherfällt und ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das muss ich ein bisschen lernen. Einfach hinterher zu fahren. Ach, Quatsch. Ja, Mann. Ich freue mich, geht hier auch spielen. Ja, Mann. Ja, Mann. Die machen doch jetzt wirklich cool und fahren überall um welche Orte hin. Ja, das ist interessant. Ja, viel. Ja, viel. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hallöchen denn, guten Abend. Hallöchen denn. Oh, scheiße. Ich sag doch, ich muss erst das lernen. Oh, mein Gott. Ich muss mir das lernen, wo ich hin. Hier hin, hierher zu fahren. Das ist ganz so lustig, ne? Panzer fährt im Kreis alle hinterher, wie so eine Entsicht. Ja, das ist cool. Ey, das sieht geil aus, ey. Ich mach grad eine kleine Aufnahme mit dabei. Das ist ganz cool. Das sieht so geil aus, als wie ich es, weißt du nicht? Ja, ja. Hast du Rest dann dahe? Kleine Spitztrohr, oder? Ja, aber so machen die... Ähm, so kann ich davon... Also ich führe das auch. Mit dir immer klar, kann ich das auch. Ich liege die Spitztrohr und dann haben sie irgendwann mal angehalten und so ein Fehler gemacht. Nein. Aber, mein Gott ist schön gerade geflogen, ey. Ja, ich flieg da voll über diese Dinger drüber und so. Ja, gerne, äh, denn... Ja, gerne, äh, denn... Hallo! Nein, da hab ich jetzt... Aber das ist einfach, weil ich nie immer alle suche, ja! Okay, wer will denn als nächstes ein Thema aussuchen? Also ich hab's schon. Also jetzt darf der nächste dran. Ja, genau. Doch, Fabio, du bist heute auch dran. Nein, ich möchte nicht, nein. Boah, Alter, du bist heute voll der Zicke! Heute Zicke hier, oder? Was ist denn da los hier? Oh, ich hab'n Scheiß-Tachmann! Ähm, wie heißt er vom SL2? Waaah, dann ist eine Hoh-mäßige Zicke! Aber Andrea... Der Andreas war's, glaube ich. Ja. Die nächste ist, äh... 2 auf F1. Das mit Farbe. So ne Farbe, Opa! Welche Farbe können wir denn nehmen, Jungs? Was meint er? Äh, was meint er mit F1-Auto? Mit... Ja... Hä? Ihr habt nur ein... Ja, 4,1-Auto. Boah! Nun? Na, ihr kennt auch so welche Farbe. Müsst ihr nur in den Chat schreiben. Also, äh... Also, äh... Den kann ja dann, äh... Das so machen, dann. Ach so! Ja, ich mach'n noch 3 auf F1. Ja, ist auch ok. So, wollen wir mal weiter? Ich sag' die... Ich sag' die... Beim Farben fang' es jetzt nicht gut. Die Bela sieht weg. Ich hab'n 4 Cent. So... ok... Richtung und Slide... Du darfst es raus. Zum... Wasser... Wasser... Äh... Was für Auto nach. Ok. Was... Super Sport... Sport warm. Dann nehme mal was anderes gleich dann, ja. Soll ich warte, bis der Richtung ins Set geschrieben hat? Was seid ihr alle? Ich warte hier. Dann habe ich mit der Kripton was reingeschrieben. Weil ich mit der Kripton dachte ich es aussuchen. Kripton, du kannst aussuchen, was du möchtest. Nein, zu weit die Flucht. Sportwagen? Ok, nehmen wir Sportwagen. Und warum Sportwagen? Egal welchen Sportwagen? Egal was? Gott sei Dank, ihr habt auch schon nicht Sportwagen. Schauen wir mal weg und dann bestellen wir was, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber als Sportwagen nimm ich denn. Es sind so viele kleine. Leute, sag mal bitte eine Farbe. Boah. 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 Ich bin mal denn fragt, ehh. Welche Farbe halt. Mach mal irgendeine Farbe, die nicht so wirke gibt's. Boah. Oder ganz selten sieht man es. Oder so eine seltene Farbe oder sowas. Ja cool. Bin ich hielt der Hans und Franz Hatt. Boah weg. Was für ein Auto mühe ich denn jetzt. Boah, jetzt doch viele kleine Autos. Boah, ich nehme den... ...Kargo mal. Ah nee, aber mal den... ...300R kann ich auch nehmen. Ich nehme den 300R. Okay, 3D-Lakurung. Ja, wäre auch nice, ja. Das ist doch geil mit 3D. Und da funktioniert dann nichts. Ja, so 3D wäre nice, ja. Das kenne ich schon nicht so, oder? Nee, auf jeden Fall wollen wir Felsen fahren. Lass uns mal an den kleinen Flughafen treffen. Wo bist du denn, Hangda? Nee, ich bin ein bisschen weiter mit dir laufen. Wo bist du? Bei Krypton bin ich. Ja, ja, wir treffen uns bei Krypton. Krypton, du darfst dir als nächstes Auto, wo wir hier hinfahren. Ja, ich fahr mal Krypton nach, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich fahr den Fittung, ich hinterher, egal wo der hinfährt. Ja, ja. Ja, ja. Du darfst du jetzt einen Gang, das Gaffi ist bei mir? Achem. Achem, Leute, bei mir ist gar verpackt, Leute. Warte mal, ich muss mal den... ...obtachlosen Anhalter hier mitnehmen. Hier steh' ihn jetzt mal ein, hahaha. Nein, ich hab schon ne Otto. hihihi ok ach pack den Peitschen und auch bestellt hier nehme ich doch mal mit ja kommen sie ich hab's doch gewusst dass sie mitfahren wollten Peitschen bestellt oh na Mann gleicher Wesen das war Spottbar nein mach doch nicht so viele Unfälle da vom Kratzer rein und wir müssen die Autos neu beschentern den aus Bela blieb kacke auch ja so ja ja da ist eine Sportwagen oder Supersportwagen Sportwagen hat der hat nur Sportwagen rein hab ich grad unsere zu lösen und dann ja alles gut parken da kann man dein Auto auch wo die anderen parken da kann man ein coole Bild machen den blauen Auto da hier nein ich schreib mal eben ein auf sorry wenn wir ihn mal anbieten ach klar jetzt habe ich ihn gefunden ok dann kommt er ja ja sorry wir machen ja durch und vom Fett ist auch eng rein oh mein Gott wir haben genug Platz hier das sieht besser aus ihr könnt mal alle vor euer Auto hinschauen schön da kann ich mal ein Bild machen ja ja wir machen halt mal Tuning treffen halt aber wir machen ja noch kannst du ja gerne dann mitmachen alles gut Damen und Herren kannst du mal bitte vor dein Auto hinschauen ich will mal eine ganz gute ich will mal eine Aufnahme machen ja ja klar ach davor alles gut alles gut alles gut alles gut wir haben ja gesagt ich würde erst tun den Dress machen wir haben sowieso ein bisschen später angefangen als normales ja immer jetzt müssen wir auf den Hafensänger nach dem Willab warten genau immer auf den Hafensänger da muss man warten dann muss man warten Spaß denn oh 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 ja ich weiß alles gut Hehehehe Jawoll Wer sind eigentlich nur die neuen Moss? Ja, die Youtube-Bots, die du gerade... Aber sonst... Also nur für Chats sind die denn... Sonst nichts So, Aufnahme habe ich auch gemacht Jawoll, oder? Cool Ja Böse, Junge Du kommst mit dem Unicorn Hehehehe Unicorn Ja 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 Genau Genau Ja 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 ja, ja Ja, klar, أma Ja, durchla... Ja Oh, oh, oh. Nein! Warte, bitte. Ja! Kannst ja gleich dann, wenn du möchtest, in die Party kommen. Wir sind dich und... ...Handa und Flavius sind in der Party. Wird eingehaut die Autobahn drauf? Ich dachte, ich fahre heute sehr bekloppt. Oh, sieben Leute, das ist doch cool. Mhm. Oh, sorry, der Autobahn hat ihn abgeflämmt. Was auch wieder? Ja, ich fahre in den Autobahn. Ich fahre. Ich fahre. Ach, wo war... also der Leutton ist ja da. Da fahre ich. Ich fahre Tomy ab und zu. Nein, Gott. Ich würde beinahe weiterfahren. Ja. Ja, ja, alles klar. Bis gleich dann. So, wo wollen wir hin? Am Neuturm. Okay, fahrest du? Ja, ja, ich könnte... Nein, nein. Ich muss ein Auto... Ich muss in der Nähe von... In Neuturm wieder den Auto... ...einen neuen Autobahn stellen. Weil der so zu viele Kasse und Macken hat. Weißt du mein? Ach so, ja. Und das sieht einfach aus wie der Scheiße aus. Weißt du mein? Ja, ja, ja. Mhm. Nini. Hallöchen Hauptsäger. Guten Abend. Gut bei dir. Hallo. 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 Ja, Mann. Läufer. Läufer ein. Läufer ein. Läufer ein. Jawoll. Läufer ein. Ja, ne. Ja, ist doch wochen und die Sonne mit. Ja, Matta. Ja. Ja, kann. Kann man von mir aus machen. Vielleicht können wir ja auch nochmal WIVKs machen. Mal sehen. Vielleicht machen wir da noch ein paar mit oder so. Ja. 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 gestern war es ein bisschen spät denn weil ich bin dann aufgegangen weißt du also ja ja ich habe noch ausgemacht da habe ich noch mit hunter bissel geredet und mit ding wer noch da flavius war noch da genau das oder bei bieber es noch ja haben wir noch ein bisschen geredet so ganz normal und dann bin ich dann auch später auf genau wie immer ja man sowieso okay eine feldkontor bei bei verabschieden und er ist ja auch das ist immer gut ja aber den machen dann Waffen wegpacken, haben wir das nicht erneut? Da ist es, am besten wir springen an der Gleitzeit, ich konnte das nicht so oft weg. Da man? Ach so, habe ich mitgebracht. Wissen wir, wenn wir alle zusammen runter springen. So, bin wieder da. Ja, wir sind am Neukurm von hingefahren. Ich warte noch. Was machen die am Läufturm? Wollte Rettungsspur spielen oder was? Ja, wir brauchen Hilfe. Auch die besondere Art von Hilfe. Auch die besondere Art von Hilfe. Ja. 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 Na ja. Ja, komm. Ich worka-Koll vom Wafferegum springen. Ich klufe-Achsel. die Kamera auf mich errichtet Wollt du nicht? Ach da, morgen wirst du dir jetzt schon Jo Ich stehe alle voll im Weg Den gehört denn der hier, hier vorne Kann ich unter den Main steigen, Mann Den gehört nicht die Farbe hier vorne Nein, ich will was machen, Mensch Kann jeder mal bitte das Auto wegfahren Warum? Ach das ist doch einfach Hunter Ist doch nicht mein Auto Ich habe gerade nur abgesehen Weil die Farbe von da hinten fach so ähnlich aus wie ich meine Nein, bitte heftig, aber auch Gut, ich glaube, kommt immer drauf an, wie du das machst Auto glauben Ich habe genau aus, was fand gekauft Weil wir sind, wir sind die Frau da nimm dir Aber dann kann ich auch wieder verkaufen Wer verkauft denn, ich will Ich habe bloß 600.000, 600.000, ne Ja, also ich habe mich Aber kleinem Müll mal auch weg, ne Ach, jetzt Mann, bleib doch mal da weg Wenn ich jetzt den umfahre, dann tut es mir leid, wenn die da alle lütschen Woh Lass mich mal da weg Sonsten Lass mich so so wird er da kassel für was denn Ich habe ihn gesehen. Wie lange vorbeifahren mit meiner Autos. So, ja. Jo, Turgo, schönen Abend noch dir. Gute Nacht. So, was jetzt? Wir waren nicht woanders hin. Dann genug da gewesen. So, ich habe ihn einfach gesagt. Oh. Oh, nice. Ich kann dir helfen. Dann... ...muss ich dann in deine Lobby. Ich beende sowieso. Ist mein Livestream, ich glaube. Oh. Oh. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich beende jetzt auch mein Livestream. Dann helft ihr ihm mit. Oh. 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 Ja, wir kommen in die Coolob hier. Wo muss ich denn hinfahren? Oh. Oh. Okay. Dann laden wir ihn bei denen ein. Damit geht es dir ein. Aber man kann den... ...den ... ...miss wenn wir wissen... ... und dann... ... man hinterher... Ok Mit einem Casino Hast du gesagt? So Achso, da oben, ok Du hast den Bagger, ne Stimmt, ja Gott sei Dank ist ein Vorteil Ne, hab ich nicht Nein Dann helfe ich dir mit Ja alles gut War mit der Ruhe Dann helfe ich dir kurz So Ja Ich helfe ihm dem Ähm, Salzschreuer mit Ich könnte ja noch ein bisschen weitermachen bei Tuning treffen Was macht ihr? Ja Ich muss ihm ja die Autos umdrehen Achso Ich helfe ihm kurz Ja 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 Mit der Taufer das ist ein Mann ist das machen zu treffen naja er kann nur den denn mit ja ich bin ja wir brauchen ja im kurs helfe ja bei meinem live schon alles gut ja ich weiß ja das ist ja klar ich weiß da habe ich noch mein live schon beendet aber immer bei auf will hat mit bei tunig werfen ein versorgter fangen keine ahnung vor wo keine ahnung weiß ich jetzt noch nicht das weiß ich nie wie heißt das erleben ist eine überraschung ist einfach nie was kommt was hat er denn geschrieben bis wann ich online bin heute weiß ich nicht immer heute auch nicht so lange wie vor haben wir aber leid bis 23 uhr alle hülsen oder ja und da bin ich dort bis 3 uhr naja ich weiß ich bin so aber ich muss ja alles gut ja ich hab so mein bacher bescheid ich muss ihn nur hochfahren das dauert eh von 300 100 jahre alles gut alles gut alles supi 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 ja krass gell hee hè er steht es denn sier ja ich wähle aber du Ich seh dir nur, dass du verpickst, ja, genau, das sieht so witzig aus, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, ich hab den einen noch in Bengis, ja, eigentlich auch nie, das hab ich einfach nur irgendwo in meiner Arena berg geschaut, weil da, weil dabei alles, immer mit, immer mit der Ruhe, ich muss immer sowieso, der Backe ist so lahmartig, da bin ich erstmal früh da oben, ja, ich muss auch einmal kurz auf die Toilette gehen, und dann, ich muss auch mal kurz auf die Toilette gehen, das sees Das war's. Na, da doch noch über die Hilfe. Ich bin mal im Kurs Pinsel, bin sofort wieder da. Ich bin mal im Kurs Pinsel. 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 Oh mein Oh mein Oh mein Oh mein Oh Bitte so verfallen Bitte so verfallen Bitte so verfallen Hahahaha Bıraklar Arkas Bıraklar Gerçekten Keine Ahnung, auf einmal hat er so deutsch geschrieben, keine Ahnung, aber vielleicht war es Google Übersetzer, aber er hat dann weiter eigentlich geschrieben. Ja, ich sehe dich nicht, du bist von mir oben weg, Herr Freulein. Ah, schau doch da hoch jetzt. Ja, er hat den Ball, aber diese Fehler mache ich immer. Ich kenne es. Ich mache ja auch, grundsätzlich mache ich den Fehler auch immer. Und ich denke, da kann ich mich nicht wieder erräumen, ich muss da rein. Unbelehrbar. Hallo? Na, hör mal. Ne, ne, du, ne, ne, ich weiß, was du davon kraftig wärst. Oh, fuck nicht, aber ... Ne, he, he. Haha, ha, 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 ha. Ja, kann das ja dann auch noch brauchen sein. Ich glaube, Fabels hat auch gar nicht mehr auf Tudeln zu treffen, der ist oder nicht, spiele wir haben auch umsonst das klar wir schon werden wenn wir noch haben wir müssen eigentlich noch nie in der Partie drinnen von der Fabian 0 wer ich bin noch da hat doch ja Ja man, ich soll es rauchen, weil ich immer schasses Fahrt Onkel Süpton? Ach Ah, ich bin dran Es geht nicht aus Was braucht ihr denn? Oh ja, was ist denn was Falsches gebrochen? Ich sehe sie überhaupt nicht? Ja, ich sehe sie, ja ich sehe sie auch nicht Wir haben, wie du immer, äh, wo immer aufbelangst, das ist lustig auch, muss ich sagen Ich sehe sie auch nicht Ich hab den wunderbar einmal kurz angeguckt, aber ich denk, nein, doch nicht. Nein, nein, ja, 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 ich mein doch, aber der, wo man, äh, weiße, wo man machen musste, da mit dem, auch mit der Emotion, da an dem Lagerhaus, wo der, äh, wo Ina 2000 so drinsteht, zum Verklitschen mit dem Badito, ja, ja. Ja, deswegen ist ja der andere wieder da, da, der komische da in der Wüste da. Du bist auch ein bisschen, du bist auch ein bisschen, er sagt, äh, der Deluxe ist geil, um zu drehen. Nein, nein, ich kann die auch nicht unten sehen. Oh, ich kann die. Oh. Ich seh die nicht. Oh, ich seh die. Bahляd nada, ich habe ja auch bei. Wangerdens man, ich habe einen, Quaren epidemiologisch auf meinen Anna Robbner. Oh. Was ganz concise. Ein阿ber. Ei, nein, ei, ei. Wohen mein D Michi? Achucanein. Ja, ich habe einen Tem als beneist. Openheil free. Ja ein System. Ein Spieler, den Hoistranscher, ich habe eine eggschefische guade. Hl, den Schnaub. Jai muss jaquaten durch Temaldrofe machen. So, einer von euch kann mal gerne fahren, wo er hin will, dann fahre ich mit. Haben wir alle mit? Boah, wie du blinkst, das ist so witzig aus, ne? Zunderlich. Danke. Bitte, danke. Ja, Mann. Bitte, danke. 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 Teck ein entitled das sind die Narikone, oder? Da haben wir eine Kumpel in deinen Beinen und Loppy fallen. Ja, wir fallen grad rum. Ja, ja, alles gut. Ja, ja. Wir machen immer noch zurück. Ja. Hallo Drachen, grüß dich! Müde hinter? Ja, aber kein paar. Langsam ist es müde, gell? Na ja. 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 Was kommt denn da hoch, ey? Na ja, wo fährt die eigentlich denn hin? Ja, keine Ahnung. Die fahren da irgendwo rum, in der Pampa, ey. Normalerweise musst du eigentlich ein Geländerauto nehmen. Ein Ethopie-Hotel. Ja, sollen wir uns am Casino treffen, oder wo? Ich bin schon bei deiner Lobby bei dir. Können wir auch machen, ja. Ich bin schon am Casino. Zum Casino, Jungs? Ja, ich scheiß schon da mit dem Auto. Ja. Ja. Ja, ich hab die Zahlsteuerhaft auf mich geholfen, auf jeden Fall. Ja. 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 Ja, nein. Ich bin ja gerade fertig geworden mit der Zahlsteuer. Ach so, okay. Ja. Da waren ja nur zwei Autos, die wir uns schnell machen müssen. Okay. Die sind so fertig. Die kommen ja auch gleich rein. Die Zahlsteuer, der kommt bei ihnen an. Ja. Ja. Alter, mein Haul sieht aus. Da ist echt so ein zörendes Auto. So. Ich hab' ja nur eine Parkplasserreihe frei gemacht. Bei uns. Sind Sie noch da? Ja, ja. Ja, ja. So, da bitte. So. Kann man noch Tokenzonen? Júpiter? Token. So. 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 Schauen wir nur wo das ist, keine Ahnung. Was ist? Wer gekillt ist, meinst du denn ein? Der Killer. Der Killer. Ich kann ja auch mal vor dem Tassino rein. Ja, mein Auto-Shit. So toll oder was? Einmal mit den Jadons. Sind sie da aus und die Jadons? Die Jadons? Ja. Ja, Benni finde die Autos sehr cool geworden mit der Karte, zwei Farben, drei Kämpfe. Na gut, es gibt ja auch verschiedene, gell? Ja, ja. Ja, na gut, wenn das eher gellig aussieht, das sieht nicht so gut mehr aus dann, ja. Ja, klar. Ja, alles gut. Haha, der ist schräg, hey, dummer geil. Hehehe, das hat er. Am Casino, guck mal die Leute immer ... Weißt du was geil ist? Weißt du was geil ist? Wenn das so ein Stückchen so zurückfährt, ganz langsam, wie so ... Damund, kommst du bitte mal an Cafino Park, sag? Ja. ab das war ein sportvoller aus Ich hab's gesehen wie wenn ich da drinnen rumfahre. Ich komm zum Parkplatz Hunter, ja? Hallo! He nice, geil. Sieht cool aus mit der Farbe, gell? Aber gut, es geht auch noch mit F1, aber dass die nicht so weit draußen sind, halt. Es geht aber, ja. Ja. Moin Moin. Einfach ausrufen Kuh. Wo sind wir die Moths? Mein Gott, alle muss man das machen. Alle. Nein, 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 einfach mal. Ja, okay, harte. Okay. Ja. Ja. Ja, ist klar, Alter. Was bist du denn für ein komischer Typ, Mann? Was machst du, Flavius? Der, der, der ist um Fremd gegangen, der da, der Farbe. da. Flavius? Was denn? Muss ich doch was wissen? Nein. Spaß. Ach ja. Ja, ist klar. Alter, komm. Spieße Deadmatch oder was? Ja. Okay, ja. Ja. Let's go. Alles gut. Ja, ja. Ja, das ist schade, dass wenn man das auch noch so, weißt du, mit der Farbe so machen könnte, wäre das richtig cool. Ja. Guck mal, das packt voll rum. Ja, irgendeiner hat mit dem Internet. Irgendein schlumpf. Ja. 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 Ihr habt gestern ein bisschen... Ja. Ihr habt heute Morgen ein bisschen Schockenmodus gespielt. Und der Casino sieht ja mal ganz anders aus als der. Mhm. 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 Ich kann dich einladen, alles gut, wenn du willst. Okay. Mhm. Mhm. Ja, der ist nice. Ja, der ist schön. Mhm. Kommt einfach von deiner. Mhm. Ist deiner. Er schilt irgendwas mit... ähm, Hafensänger namens Den. Ja, genau. Ja, man. Hafensänger Nummer 1. Ja, alles gut. Ach komm, du Treckner. Ja. Entschuldigung, wer ist denn der Designer von dem Auto? Äh, das ist der Hafensänger. Hahaha. Hahaha. Äh, sieht gut aus. Der ist schön, ja. Hahaha. Ich, wer sie ist. Hahaha. 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 Ja, Mann. Hahaha. Guck, der Boden pack schon wieder rum. Ja, sicher. Aber ich finde die Lacküren sehr geil von denen, die machen. Ja. 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 Die Lacküren ist auf jeden Fall richtig geil. Wer gehört der da, wo da steht? Der da? Mit, äh, F1? Ja, der gehört Kripton. Oh, der hat den schon bekommen von uns. Ja. Ja. Ja, das ist immer das. Ja, was ich sag mal so... Mit der Farbe jetzt und so? Ja, geht eigentlich. Ja, das ist immer mit der Farbe. Boah. Hoffentlich sieht der geil aus. Ja, Mann. Boah, geil. Da kommt der schon, ey. Richtig geil, Mann. Boah, das ist immer so blau rein. Geil. Ähm, früher war ich auch ein Freund von Marshmallow, aber bei mir hat schon ein Marshmallow von links. Jetzt sind wir so meine große. Boah, Alter, geht er ab. Ja, ist klar, Alter. Was machst du mit dem Auto? Da sollte der lieber aufhören, nicht? Ja. Ja, das mag nicht jeder. Ich kann für ihn wieder ein Neubild stellen. Ja. Kannst du mal machen. Ja, das blaue, also das blau passt gut, aber dieses lila mit dem blau finde ich das... Ja. Ja. Boah, jetzt kommt ein bisschen Pinky oder was? Ja. Ja. Moin Moin, Sam. Hallo. Ah, kannst du wieder schreiben? Geht's wieder? Was denn? Sein Pinsel ist doch cool. Äh, nein, das ist, ne, ne, das kriegst du geschenkt. Und Valentinstags, äh, geschenkt ist das vom Rockstar. Ja. Das da, äh, kannst du drauf machen und glaub das Taxi-Design, glaub ich irgendwie, ja. Ich denke mal, wenn wir gleich kurz... Ja, Tuning treffen, Sam, ja. Ähm, ich denke mal, wenn wir nach dem Tuning-Treff kurz eben... Ja? Ja? Ja, die beiden Autos haben sich eben so meinen Frauen gekrackt, ja, schnell, weil... Weil man, weil man... Ja, die hat hier rumgeballert. Boah, die hinten, alter. Ja, die hat gesagt, gar keine Waffen, gar keine Polizei. Boah, was wird der denn nicht, ey? Was soll der Killer, ey? Der war so scheiße, ey, doch mal auf damit. Das war das... 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 Das war der Tabelwrot. Aber sieh da auch... Sieht doch nicht so schlecht aus. Jaj. Ja Sam, komm rein, alles gut? Aber du siehst doch doch nicht schlecht aus. Ja, ja Naja Naja, Hafens Hafenssänger haben halt sowas Normal, gell Nein Ne, das aber Ich find's schön, ne Ich find's wirklich, das war schon nice, eigentlich so Aber ja, ich sag mal Ist halt nicht jedem immer sein Geschmack Sag mal, so schlecht war's jetzt nicht, sag ich mal so Ja, das ist halt immer so Ja, man kann schon ein bisschen Bessere Farbe noch reinbringen, ja, stimmt Alter, jetzt kommen schon wieder die Cops Alter, wenn die jetzt noch einmal kommen, ey Nein, nein, äh, sind Kein Spieljet, auch nicht, nee Was? So, ich bin Ich bin in ein paar Minuten wieder da Ich muss bei ihm eine Nachricht abhören Jo, alles gut, Hunter Ich war so Und Ich war so André, ich bin unlaust Ich war so Ich war so Ich war so Und Ich war so Ich war so Jesus! Hehehe Geil Ach so, weil du ja, du darfst, du musst da auf die Straße gehen, da, weil du hier drin bist, ja Ich find das auch blöd, die Stadt daneben dir spawnt, immer wär viel besser Ja, so wie vorher, wo das immer so war Ok Alter, ich... Neubimbelada Alter, was war denn mit dem Feuerbär hier? Ah Das ist auch nicht schlecht, gell? Ah, da alle mal kurz Ja 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 Ah 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 Ist deiner? Oh, das ist schön, ja Boah Ja Ja, Mann Mit Lilla, ja, das ist gut, das ist wirklich nice Ja Ja Hehehe Aber krass, das sieht man nur so im Licht, gell? Geil Sehr nice So sieht man das gerade nicht, guck mal Mhm 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 Gut, oder? Und innen drin diese... Sieht nur, ob das dazu passt, weil... Ja Ja Mhm Mhm Ja Ja Und vorhin haben wir das einfach immer so gemacht, da habe ich die alle hier geholt Und wer das beste Auto hatte, der dürfe da als nächstes aussuchen Ja 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 Das müssen wir auch machen, ja Stimmt Hehehehe Nee Hehehe Also mit der Farbe nicht, also... Grün ist eigentlich nicht so mein Ding Äh, das ist irgendwas mit Rot und Ding, oder? Rot und was ist da drin noch? Ja Lila ist da noch drin, oder? Oder was? Oder... Ja, oder pink wie das aussieht, ja, ja, das geht so in lila Richtung rein, ja Ja Mhm 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 Es ist immer Ja Krem Ja 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 Da ist der Foto, da ist bestimmt der Foto, das ist offensichtlich. Kagenfoto, das war ich schon einmal ein. Ich sehe es nicht, weil ich da die an. Das sieht doch wohl aus, ja. Das heißt, ich soll ja noch mal mit dir mit fahren, immer noch mal voll von Truffeln. Schau mal mit. Nein, ich bin nicht fahren. Ich kann dann Boxen fahren. Also, such dir doch irgendwo ein kleines Blatt aus, dann können sie doch ein bisschen aus und gehen dir auch. Ja, einfach mal. Ja, man. Ja, nur schade, dass man da nicht hin kann, so Burger essen mal oder was, weißt du? Das wäre geil, doch. Ich hoffe, die würden das mal bei GTA 6 machen und so, weißt du dann, dass man das auch mal machen kann oder? Nein, nein, natürlich nicht. Aber, dass man halt auch mal in alle Gebäude kann und alles, was es da gibt. Wo bist du denn da? Jetzt würde ich es vorbeifahren. Ja, ich war so ein paar Mal. Ja. Ah, beim Chipen die Nass. Ich würde schnell mal in mein Auge. Ja. Mh. Oh mein's, hab ich... Ich mach... Ich mach doch nicht so gute Bälle, hab ich gehört. Ha, das ist cool da. Ja, ja, Mann, guck mal. Motto aus. Äh, ja. Äh, was soll ich fragen? Was kann man machen? Motto, es sucht zwei Themen auf und schreibt da rein und die Mehrheit in fünf Minuten später oder so. Ja, ja. Und sagen wir mal Supersportwagen, Welt und das auch, ne. Es gibt so viele, Coupets, Vodora. Ja. Ja. Also so war. Weil wir sowieso Supersport gewinnen, so wie die meisten kennen. Ja. Ja. Naja, aber von mir ist eigentlich auch ein Supersportwagen, was man dann doch macht. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Hä? Achso, da muss ich das weg machen, schon geht es nicht. Das ist doch nicht normal bei Damen. Kein Spaß. Ja? Ja? Ja und nein, bei solche Umsprachen, weißt du mal? Ja. Also ich nehme ein Bobica und du? Wäre doch geil oder so ein Mini Bobica, das wäre cool ey. Das wird Fun machen ey. Sam, wo bleibst du denn? Ah, der ist schon da, Sam ist schon da. Okay, hast du schon? Ja, okay. Drei Stimmen, da sind wir bei ja. Ja gut. Da hier, Supersportwagen, der Erzie Bandito oder? Ja. 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 Ich drücke immer auf Aufnahme und dann gucke wie es am besten aussieht. Weil, wenn ich auf Aufnahme drücke und dann auf Rocksha-Edition drauf sehe, dann kann ich immer gucken, wie ich die Bille am Bett mache. Hallo Sam! Wer hat die Polizei geholt oder der Feuerwehr? Ja, mach das auch. Genau. Ja, 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 ja. Ja, weil ab und zu habe ich da Probleme, irgendeine Fahrer kann mit meinem Auto fahren, da habe ich dann Bock immer mein Auto wieder... Ja, ich weiß, super Sport fahren. Ja, ich weiß, super Sport fahren. Ja. 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 Ich weiß, wie dieser ist. Was ist das? Leiderfemmkumpel Boah, Alter, was macht der Bus? Ja, keine Ahnung, der Bus oder was? Der packt da rum irgendwie? Keine Ahnung, warum? Da ist doch gar nichts Ja, die lachen überall Hehehe Anwandstellen Ja, warte, warte Ja, mach ich gleich, ne? Warte, warte Warte, warte 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 Das ist doch dodau Warte mal kurv. Ich hab eine coole Steb. Warte Moment. Ja. das taxi oder das taxi geht ja nicht da kommt nur der normale aber du kannst dein oder hast du sein auto schon bestimmt hast du ja tage auch vorliegen 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 war nicht zu mir kommen hat er geht weg von mir nein 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 der flugzeug geht weg von der flugzeug geschlungen ist dann kann ich das machen naja alles gut nein nein ich will ein bild machen lassen doch machen darum habe ich das ja extra gemacht weil sie meint war das kleine auf die weine hallo weil die manu hat eine kleine aufnahme weil die gleiter mit dem flammen aussieht immer aber das problem ist ich dachte vorher sieht los sagt er von der flugzeug immer weg ist kann es war längst geworfen wir haben sowieso ja du kannst du da auch ein bisschen du musst so lange verfolgen bis der flugzeug weg ist weiß ich mein ja genau nein du hast einer hat er bei mir früher ein tunelkräfte machen und alles in der luft die ja auch verfolgen mit dem so ja da kam ja meiner ist lila oder so wird keine gute farbe ja da die erfahrung vor und vor der rückwärts reindern so Achso, ja, ja. Oh Mann, was ist denn mit meinem Controller heute los? Nein, klar. Ich geh mal weiter weg, irgendwie. Sam fehlt noch, oder? Oder wer fehlt dann? Wer ist da hinten? Da ist noch einer hinten. Ja. Ja, aber das Problem ist, wenn ihr da Ding macht, weißt du? Wie macht ihr mit dem Handyfoto oder Screenshot? Nein, ich drück einfach auf Aufnahme. Ich hab das dann auf Aufnahme wieder gedrückt. Ich hab da ein Bild von Fertig zum Merkebild. 1, 2, 3, 4. Wie auf Aufnahme? Wie meinst du auf Aufnahme, hä? Du, du musst auf, ähm, feiner Unterküche auf X, und dann kannst du da bei, äh, Jockey-Modus auf, ähm, Beta bearbeiten, und dann kannst du da auch irgendeine Füge, äh, ja, einfach, feiner Unterküche auf X, bis ihr Aufnahmen habt. So... Ja. Dann auch X, aber das ist gesollt... Hm... Wann wir? Ja, ja... Ja. Ja, ja. Juhu! Juhu, bis gleich! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist gar kein Supersport daheim. 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 Das kann ich gar nicht speichern. Warte mal, ich muss erstmal wieder die Scheiße löschen. Das ist gar kein Supersport. Das ist gar kein Supersport daheim. Das ist gar kein Supersport daheim. Das ist gar kein Supersport daheim. Das ist gar kein Supersport. Das ist gar kein Supersport daheim. Das ist gar kein Supersport daheim. Das ist gar kein Supersport. Das ist gar kein Supersport daheim. 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 Das ist gar keine Supersport daheim. mit ja das ist komisch das geht doch guck mal jetzt baks wieder rum hab ich doch gesagt guck mal das schwebt lass es mal bleib mal so stehen geiler 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 das wär echt kohlisch gemacht die 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 wir sind doch sieben leute wir können aber nur aber auch schon war es wird sie wiederum wir treffen uns bei alle alle anstand und hätte für ein nassauto mit können mann mann an einem egal in einem nassauto es geht nicht und nötig kaffee auf mit ja aber ich wollte das anders strom das ist nicht so falsch rum da geht das so nicht hin Ja, vielleicht geht's ja. So? Oder was meinst du? Ja, wenn die blöde Palme gar nicht stehen würde, wäre es gut. Okay. 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 denn die und wir haben vielleicht auch vertreten Hälfte mal. Hälfte deine, sorry. Wie geht's mir hin so? Oh, so wie... Boah, Scheiße. Ja, mein Auto ist eh total am Arsch. Kann ich vergessen. Wie hat er nochmal geheißen? Oh Gott, aber muss ich nochmal gucken. Okay, ja, muss ich nochmal bestimmen dann. Warte nochmal, boah. Ich finde den immer so schwer. 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 Ich werde dich aufbauen. Okay. Nee, ich würde da um auf den Duper ein bisschen fahren, PS5. so obendrauf oder was ja man oh mein Gott was macht meine denn da ja bei mir liegt das ein bisschen rum ich kann es auch ich bin ein Profispilot Ja, das müssen wir überlegen, ne? Ja, umstehen können wir immer noch klar, ja. Hier kannst du auch mein Auto einparken. Mein Fassi. Ah, Baby, ich kühle dein Herz. Oh mein Gott, da, man, ich fände sich damit schon wieder an. Ja, ja, ja. Ja, aber muss ja, ja, das ist, ja, das ist ein Muss. So sehen die Bilder aber auch besser aus, weißt du mein? Ohne Grafshaut, ohne ein Läufer, umso besser werden die Böhner. Ohne Graf. 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 Ohne Graf, das war so. Oder so, ja. Ja, ich drück soviel so auf Aufnahme und ich kann die Bilder so hinmachen, wie ich will, weißt du meinst? Ich kann ganz andere Ansicht machen von so auf Aufnahme. Ja, ich muss auch mal Frieden sagen. Ja. Ja. Ja, ich kann Torf und Perfekt. Ah. Wann, du kannst zum Beispiel auch da hin gehen? Hm. Ich weiß ja auch. Ja. 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 Ja, ist mal einer. Ja. 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 Ja, das sieht sich nicht aus. Ähm. Ich hab immer auf jeden Fall mit mehr Perspektive und ich zurück, die das mal, denn... so traurig stellen das ist mal drauf denn aufs auto er hat damit kollegen mit kollegen die auch gemacht wie waren über samt die autos chantier und dann haben wir die halte diese luftschiff da habe ich noch ein paar bilder auf kick top bei mir von früher die ganze tuning trifft noch aber am besten alle euren lichter an könnte mir alle eingefallen zu bitte auch alle euren lichter bitte an machen das sieht noch geiler aus her auf damit bitte wird 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 nach oben war wird werden er hat eine gewisse Anweserung der Papen er hat genau noch er muss sie holen alles noch er hat der Problem mit dabei hat die E-Panel im Fernsehen abgestellten haben wir sind ja fünf leute wir können diese spezialfahrzeuge und so was wir können alles bestellen zum beispiel ruiner 2000 noch und so oder bist du doch auch hier oder annähe das geht nicht aber aber terabyte und das was halt bei sonderfahrzeuge ist ja das geht das weiß ich ja ja Jo, nice, cool, cool, cool Soll ich auch noch was holen? Ja? Nein, einmal soll ich einfach so... Genau. Jo, machen wir ja. Ah, da steht wieder ganz Timbuktu da, keine Ahnung wo der jetzt steht. Ah, da vorne steht ja eins. Ja, da kommt einer schon. Hä? Hast du schon mit deinem eigenen? Hä, wo ist dann meiner? Hä, der hat genau da ist... Ach ne, der ist hier. Ah, ja, ja, alles gut. Ja. Hä? Hä? Weil der war bestimmt genauso am seltenen Platz mit deiner. Ach so, okay. Hä? Ja. 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 Was ist das? Ja 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 Ja, ich komme gerade angefahren Boah, das Lenken ist immer so blöd da Mein Leid Was macht der schon wieder? Ja Vielleicht steht es den Weg Ja, der will ja nichts haben Ja Wohin? Neben dem anderen oder wie oder wo oder dahin? Na, an der Seite Hier, da, Mann Ja, ich brauche Hier hin? Ja, da hin, genau So Ne, fahr mal hin, bitte Dankeschön Ich bin weg, weil der im Weg dann schütt Warum hab ich auch einmal gebohlen? Nein, 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 wir fanden da mit dem Auto rum Achso Ja, ich bin da, weil ich da weg haben will Ja, ich mach da schon wieder rum Ja Ja, weil einfach in die Polizei hab Weil eigentlich schön sind auf dem blöden Auto Na ja, der eine muss noch das Auto anmachen da, das gehört in der Grün über Ja Ja Äh, bei Avenger geht kein Licht, gell? Wahrscheinlich Ja Irgendein anderer hat noch Polizei Ja, ich bin dabei Ja, der Robert, wenn du einsteigst, geht da kein Licht Ja 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 Genau, warte Ja Aber pass auf, diese scheiß Autos da Guck mal Leute, dass die blöden Autos da vielleicht nicht kommen Sonst sind die im Bild drin Das wär blöd Hehehehe Mhm Und Oah Du sollst mich immer selbst befrieden Oh, ich bin Befehl Hahahaha Hahahaha Ja mal Eeeeeey er er hat er es wird das sind fünf Millionen hat er fast wir haben wir haben der er hat er haben wir haben 8 Millionen wir haben nur 3 Millionen zu kommen ich habe nebenbei immer irgendwo klein ja weil wir das nicht brauchen das auto ist unnötig ja warte warte bleibt da 324 millionen spieler erledigt spieler 17.000 totedurchspieler 10.000 trifft genauigkeit 36 lieblingswaffe scharfschützen lieblingsfahrzeug repressor mk2 keine sexuelle handlung private dance ist null aber ich weiß auch warum sollst du mal bei mir gucken mal gucken wo ich jetzt mal übertreffe ja genau da werde ich gerade erwähnt ja genau die private dance steht genau da wo die mitte ist da ja ja haha hehehe 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 ja man hehehe hehehe das geht danke ja hatte ich am anfang immer Na, das wird schließlich auch nicht Vielleicht, was du am Anfang mal hattest, weißt du Warte mal, ich muss mich mal reinsetzen, oder? Dass da auch noch der Terrorbeider nicht brennt Oh, jetzt Oh, jetzt ist ich auch, ich bin auch drin So jetzt kennt ihr, Leute Ja, ich hab mir auch ein Bild aufnahmen gemacht Okay Ja, die Bilder noch nicht gemacht, aber ihr habt den Aufnahmen gemacht, dass wir die Bilder Morgen früh machen kann oder morgen Mittag Ah, alles gut, haben wir ja auch im klar Die Hand hat. Mein Controllerbild ist leer, auch mein Gott. Ja. Ja. Die Helden ist normalerweise 7. Ja, jetzt oder? Ja. Geil, oder? Jetzt, ja. 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 Ich bin kaputt. Mann, Mann, Mann. Ja. Ja. Wenn ich schuld, die Wasserwaage. Wenn du von der Straße runterkommst, dann wirst du dann noch überfahren. Hä? Sind doch ein Terrorbeiß. Achso. Ich bin einfach nur noch müde und platt. Ja, alles gut. Äh, Krypton sei nass. Hier ist der Feld zurück. Ja, von der Aufnahme. Ja, ich muss dir mal ein Bild schicken, was ich früher mit Kollegen gemacht hab. Da ist Schreuer oder? Ja. Ja, wie kann... Äh, ähm, guck doch mal in... Guck doch mal in... Guck doch mal in... In Discord sind viele Bilder drin, ne? Ja, ja, von dir. Ja, 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 ja. Na, ja, ja. Äh, weil B, du kannst ja mal reingucken. Ihr habt... ähm, ähm, ähm... Gephanob-Bela reingetan. Bei den Lästetuten-Treffen. Kannst du mal angucken. Bei GTA-Bela. GTA-5-Bela habe ich reingetan. Ne, das gehört, ähm, warte. Die Killer gehört es, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Na, warte mal, ihr habt jetzt eine Idee. Obwohl er sieht halt noch geiler aus. Warte mal. Nein, nein. Nein, nein, ah, blöse. Nein, ah, blöse. Nein,ıserschöp. Mann, was macht mein Controller da? Ne, ne. Ähm, äh, na, nein, 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 nein. Nein, da ist Luftschlag, aber ich dürfte nie Feuer loslassen, sonst ist hier alles kaputt. Ich muss erst immer, bis der Flugzeug weg ist. Nein, du machst die ganze Aufnahme kaputt. Nein. Doch. Halt, Stopp. Und dann musst du fast 15 bis 20 Minuten warten, bis du das nächste machen kannst. So, Aufnahme. Ja. Na, weil... Okay. Jetzt kommt der Dingo, der steht. Ja, weil der zu früh losgelassen hat. Oh ne. Ja, was soll ich machen? Wir sind ja alles einfach fertig. Ich bin mit Ostern fertig. Ja. Ähm. Ähm... Ja, die Form ist ein bisschen oder was, oder? Ja, dann... Ey auch ne. Ich bin auch so. Ja, dann... Ich bin auch so... Ja, dann... Du kannst auch so eher nicht dahinten einladen, ne? Ah, lad's mal ein ... ich bin auch so voll dran. Nein, nein, nein. Ja, sicher, da kann ich ja nur einfach liegen bleiben und keine Posen machen. Was? Ein Räuber? Von wem? Achso, okay. Hä, wieso dann? Du bist doch Ding weg, oder? Ach, ein Räuber, achso, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin schon da. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Welcher hast du denn? Welcher hast du denn? Ah, ja, 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 ja. Hä, die kriegst du so gar nicht. Die kriegst du nicht so. Nein, die kriegst du so gar nicht. Ja, genau. Die kriegst du nicht so, aber die, die meisten kannst du ja bei, wie heißt das da, bei Karmid und so freischalten. Das sind ja sozusagen keine Secret Designs, das sind einfach Designs, wo da sind. Weißt du, wenn du da ein bisschen ausprobierst und so, dann findest du auch das ein oder andere. Aber richtig, wirkliche Secret Designs sind eigentlich nur mit Self-Resert. Einmal bitte einschwein, hier, wo du nie bekommst, Schlafmütze, aber es sozusagen sind das auch, äh, Secret Design schon, ja, aber man kann, jeder kann die so machen, na. Ja. Versteckt. Ja. Ja. Ja, darum bitte in Partybox drinnen. Ich bin mal dran. Wenn wir alle drinnen, dann geht's für euch. Ja. Ohi doki Wollen wir danach noch Spieleliste ein bisschen? Irgendwas mit Deadmatch oder sowas? Oder irgendwas machen? Wenn wir Lust hast, können wir ja noch irgendwas machen. Cool, vielleicht kannst du ja eine Liste machen, wenn du möchtest. Oder was? Machen wir da was. Vielleicht irgendwas mit Sniper wieder oder so noch dazu und so. Weißt du, was cool ist? Wir können auch diese anderen Spiele, normale. Gibt es ja auch, Doppel-RP und so. Weißt du, und Geld extra nochmal drauf. Ja. Mhm. Ja, Mann, das ist echt blöd, ja. Aber bei dem einen kann man das machen, bei dem, äh. Das ist wie Sumo, äh, wie Sumo sag ich, wie das Hole. Doppel. Da gibt es auch Doppel-RP und so drauf. Weißt du, wenn alle praktisch runter gehen und einer überlebt, der kann ja immer gewinnen. Er ist da. Da kriegst du auch viel Geld und RP auf jeden Fall. Das würde auch gehen, ja. Das würde auch gehen, ja. Ach so, ich bin ja schwarzes Bildschirm. Stark grad, hä? Irgendwas stimmt doch da nicht. Ja. Hä? 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 Oh Gott. Äh, gib mal ein, äh, äh, F, äh, F, äh, F, I, B, Damen und Saphir, Kette. Bei Youtube. Da müsstest du eigentlich finden. F an, Y, B. Hä? F an, Y, B. F an, Y, B. Hä? 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 Äh. Äh. Wir machen gleich Ding, äh. Spillliste dann gleich. Ja, alles gut, danke. Äh, äh. Ja, äh, schwarzes Bildschirm bist du. Ja, dann verklitsch dich doch. Alles gut. Aber wir machen nur kurz, ja. Und dann, äh, machen wir dann Liste, ja. Kauft doch. Kauft doch einfach eine schnell. Hä, du hast doch gerade eben drauf gehabt Geld. Kauft doch eine, du verliest sie doch nicht. Du kriegst auch eine gemottete dafür. Du tauschtest ja nur. Was kostet die, ist die nicht im Angebot gerade, oder? Ja, Mann, meine Einladung bitte annehmen. Ja, ich muss mich doch erstmal verglitschen. Warte doch mal bitte, Hunter. Oh, mein Gott. Questo auch mal bitte. Nee, du hast doch mal was. Oh, du hast doch mal was. Du hast keine Arbeit. Du hast keine Arbeit gehabt. Du hast keine Geld. Du wirst kein Geld. Kannst du dann auch mit einer gemoddeten? Geht das auch? Oder muss die normal sein? Ja, wir machen nur ganz kurz Giftkass und dann machen wir eine Liste, ja, gleich, ja. Ja, natürlich, machst du dann mit, Flavis? Ähm, so, ja, ich bin nicht verkitscht. Achso, Hunter, hast du mich eingeladen? Ja. Ja, ich hab zweimal aus Versehen draufgedrückt, weißt du, ich dachte gerade, hä, wie soll er denn noch mal? Aber du hast die Kante vielleicht auch rumgedrötet, Hunter. Ja, beim ersten Mal bin ich gestorben, Hunter, dann hatte ich wieder schwarzen Bildschirm. Und dann musste ich nochmal an der Wack beidrehen, dass es klappt. Deswegen. Bei mir, ich sehe gerade, bei mir passen 1, 2, 1. Boah, hör auf damit, damals, ich hasse das, wenn du das machst. Oh, das ist das einzige, was ich das hasse, weißt du mal, ich weiß nicht, warum ich das auch hasse. Wo? Hä, du kannst doch auch bekommen, alles gut, aber nur halt die, nur das Auto halt, ja, wie gesagt, das eine und dann, äh, machen wir wieder Liste gleich. Nur deswegen machen wir das, ansonsten machen wir keinen Giefgras. Ja? Weil wir wollen ja gleich Liste fahren, weil wir haben schon 23 Uhr wieder, ja, es wird ja immer später. Ebenor, Ebenor, Ebenor dabei. Ebenor, Ebenor dabei. So, gucken wir mal hier an. Tobi doobi 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 do. Okay, jetzt gucken wir mal an der Stelle, die unten ist ein Auto drinstehen, halt. nicht schlicht schnack schnack im sch Treffer schnack 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 ins das ist ein Regenschirm da kann ich holen Moment gleich ja ich hab jetzt keine Dinge doch da ja nur die Avenger Ja. Äh, bitte. Oh, nein. Sorry, ich dachte, ich bin auch gut. Nein, ich kriege ja nicht mehr. Ach, doch, Hilfe. Ach, doch, Hilfe, ja, doch. Hallo. Hallo. Ja, ich hab das noch nie gemacht. Ich hab das das letzte Mal bei Kronilke gesehen. Ich? Naja, aber ich muss ein bisschen anfangen und dann so. Nee, du kannst das auch mit dem Ding machen, mit dem Easy geht das auch. Easy oder, äh, Scram. Äh, viele fahren immer vor. Äh, viele fahren immer vor. Wer hat und auch nicht hier was ohne zu tun. Du musst einfach nur da vor dem gelten Punkt stehen und dann irgendwie stehen da. Äh, da hab ich doch. Oder so rum, vielleicht. Ja, vielleicht geht das besser, ja. Nee, ich muss noch üben. Von wegen, ob das die mal vor dem Augenblick kommen, also. Was willst du mir hier erzählen? Deine Nachbinder bekommst du sowieso. Haha, haha, haha. Haha, haha. Haha, haha. Nein, ich übel, ich übel, ich übel, ich übel. Ich übel, ich übel. Okay, ich übel, ich übel. Ich übel, ich übel. Nein, wer, 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 wer hat mit dem Äther Meister geflossen? Boah, ich hab' bedauert. Nein, Gott, hör auf damit, ich war da hier, ist alles kaputt. Verlatsch auf, nur einmal, immer, immer ernsthaft. Boah, ich höre auch so nervig, du Kleinschmord, nervig. Ja, so funktioniert trotzdem nicht, ha ha ha, lieb. Ah, ich höre auf mit dem Blödsinn. Ja, ich will hier üben und, wir müssen sowieso auf dem Blöden wachen. Das habe ich schon viermal gesagt, du hörst einfach nicht zu. Wenn ich auf dem Dack, ja, wie oft soll ich mit den Nofheller holen? Ich will doch üben, wofür mache ich denn die Kackelsate? Weil die auch Spaß, weil es auch so ist. So, hat doch funktioniert. Nach dem zehnten Mal. So. Okay, hat funktioniert. Wenn du mal den Trick raus hast, dann klappt es immer. Ja, und ich habe fünfmal gesagt, ich will üben. Worte, go. Ja, ich habe es wirklich, ja. Boah. Gibt es dann? Ja, ich kann dir den bestellen. Kein Problem. Ein bisschen schnell machen, Leute, dann, dass wir dann Liste spielen können, ja. Weil normal ist kein Betrass jetzt eigentlich mehr Ich bin immer den Auto der Ich bin den Auto, ich finde es lustig und ich bin Käfe Ich finde es lustig, die anderen rennen sich immer voll auf und ich bin voll arm und da Warte, da ist ja immer den Auto Weil ich da immer voll weggefunden Nein, ne, ich sag ab und zu gerne Sack und falsch Weil ich merke, dass die anderen immer dann einen verbessern wollen Und das ist nicht wichtig Und, 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 und Ja Nein, ne, warum sollte ich nicht annehmen? Ich finde es nicht Ja 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 Oh Nein Ich glaube ja, Mann, wie Das ist die Ähh, wo, 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 ähh, wo Leute machte ich auch keine Ahnung Ist mir eigentlich auch gerade egal was alle Leute machen in ihrem Bewassedmen, ist mir voll Mir ist das egal, jeder soll Leben wie der Bock hat, weißt du man? Mir ist das egal, weil da... Was ist denn das für ein Thema hier, Alter? Das interessiert mich doch gar nicht, was andere Leute im Leben machen. Ich find's immer voll geil, das... Äh, äh, ähm, mir ist... Nein, nein! Boah, ich hab dich wieder falsch! Äh, weil ich will, du... Du verschiffst mir, du... Äh, nein, du verschiffst mir, du teils falsch, aber alles gut. Ihr habt das gemeint, nehmen und nehmen, lass mir ist egal, was andere Leute machen in ihrem Leben. Interessiert mich auch nicht. Weil... 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 Dort hier inter... Ja, dann denkst du doch gar nicht dran! Alter! Irgendwann werden die auch mal alle aussterben dann. Das weiß man alles nie, ja, also... Nein, ach was, warum denn? Warum soll ich... Warum soll ich dich hassen? Ihr habt nur meine Meinung gerade gesagt, weil mir andere Menschen egal sind. Weißt du meinst? Ja, dieser kann ich ein bisschenतen, hast du Geld gemacht. Nee, die sind das nicht immer. Ich glaub doch nicht mehr an Gott. Das ist so ein Blössinn! Das ist so Aunt Pref! Das ist so eine Glauberei! Ich war eigentlich total w gaming! Das ist eine voll Das ist so eine, eine sehr, ich glaube, ich glaube überhaupt, nein. Nein, das ist doch nur eine Kopfsache. Gelösen. Ja, aber wenn sie tot ist, dann sieht sie sowieso nur Dummbrillheit und mehr auch nicht. Ja, ja, aber woher, ja, ja, aber woher, ja, aber woher, ja, aber, 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 woher weißt du, dass was höheres gibt? Woher? Genau die gleiche Frage kann ich nicht schön, wenn wir so anfangen. Jeder hat ein Gewissen. Nehle, nehle, ähm, okay, da, äh, okay, ähm, ich glaube, äh. Ich war auch gedacht, nix. Da muss ich auch ein Seidstreuer recht geben mit der Seele, ne? Ah, Seele gibt's, ne, äh, Seele gibt's nicht. Das ist, wie heißt das, äh, 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 das ist alles so eine Morcai-Forschung, ist meine Meinung, da bleibt ihr auch bei. Fanta, pass auf, äh, pass auf, hier. Ja, weil, 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 weil das in der Gezweiffft normal ist, weil das eben so, äh, so, äh, so einfach entwickelt. Ja, okay, komm. Äh, ich hatte meine, äh, wo ich noch, äh, in der Pflege gearbeitet habe, hier bei mir in der Stadt. Ähm, hat sie mir erzählt, da hat er sie nach... Du bist ein bisschen leise, Sochi. Du bist ein bisschen leise. Der hat... Ja. Ja. Erzählt das davor, äh, vor den Zimmer war eine, äh, Lampe und die hat auf einmal angefangen zu flagern. Von aller anderen, äh, es war auch kein Wackelkontakt, nichts, gar nichts. Wisst ihr, wie mir da der Schauer-Jing, Alter? Das, boah. Ja, aber, 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 aber okay, wobei kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich das selbst die Erfahrung, wobei ich nicht hab, aber, wobei ich sag auch so eine Kopfsache, weil du meinst, Dein Kopf kann ganz krassens wachen machen, weil du meinst? Also, Hunter, ich sag dir ganz ehrlich. Ja? Ja? Ja. 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 Ja, das, also daran glaube ich auch, dass es da, das ist ja, das ist ja auch der Meinung, so. Ja, okay, dann, okay, so wie gesagt, es geht auch unter ein bisschen krasser, ich glaube nicht an, Gott. Ja. 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 Ja, der Slavus. ja alles gut nein ich akzeptiere alles weiter mal bei mir ist die sache ihr habt auch gelernt früher bei alles was das ging und heute akzeptiert hätte menschen egal was was der club was er nicht glaubt und auf eine die zu den punkten ich will alles egal ich habe ein eigenes Leben weiter meinen ja auf jeden Fall ja da da war ja bei mir früher auch so wir haben heute akzeptiert der soll glauben hätte wir machen was er will aber ich finde viele leute drängen ein auf was du machen und die tun darf und das ist das schlimme ja 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 man Ich bringe es dir. Ich werde es zurückkommen. Gritton, ich habe den Auto dahin gecheckt. Ja, ich habe meinen auch. Ist okay. Ja, mein Sohn genommen, der Gritton. Jo, alles gut. Boah. So, ähm. Das lustige Edith. Sie waren bei mir drin, ich sagte, ich glaube nicht an den Zweifel und dann sind sie schneller gegangen als ich gedacht. Ja, Gehirnfeste. Ja, Gehirnfeste. Ja. Jo, bitte. Ja. Trotzdem sind die Sorgen ihre Röhe für Gehirnfeste. Die werden mit Gehirnfeste durchgefahren. So wie mit der Kirche. Da wurden früher auch viele meine Eltern. Ich denke, da war auch Gehirn. Ich denke, das war auch Gehirnfeste. Geh zurück zu arbeiten! Wow! Aber jetzt... Ja, Daniel. So, immer so einmal auf die Toilette bis gleich. Na ja, die Schwester hat wahrscheinlich dann zu ihr so geredet und so, weißt du. Aha. Ja, ja. Es gibt so oft, ich kenne sowas, ja. Ja. Wieso, wegen welchem Gespräch denn, was meinst du denn? Welches Gespräch sollen wir machen? Ich bin wieder da. Nene, ich meine doch nicht, dich denn. Ich meine doch gerade da im Shit jemanden. Sorry. Ich habe nicht dich gemeint, alles gut. Ach Mensch, jetzt hat mich gerade erwartet. Äh, was für ein Gespräch denn? Ah da, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es, aber, äh, Luca, äh, keine Ahnung, welches Gespräch. Ich habe keinen Plan, was du meinst. Musste ich mal besser ausdrücken. Ich habe keine Ahnung, was du gerade meinst. Ja. Ja. Jo, dann wünsch dir noch auch gute Nacht, schönen Abend. Danke, dass du da warst, Gabi. Ja. Ciao, ciao, ciao. Ich bin letztemal, was war denn letztemal? Ja, äh, kein Problem, du kannst gerne mitspielen, aber Party gibt's keine mehr, ja. Ja, kein Problem, jeder kann mitspielen, aber Party gibt's nur für Mods. So nichts mehr. Na, ich sag auch denn, weißt du, sowas ist traurig, weißt du. Weißt du, wenn du gerade so, sag ich mal, richtig verliebt in so einer Frau bist und jemand anders, du dir da die wegnehmen, weißt du, ich mein? Also, ich mein jetzt nicht, also, von der Familie oder was, oder von der Familie oder sowas. Ja, das ist sehr traurig, weil, weißt du, was ich mein, da meinst du es wirklich ernst und so, da kommt so eine Person und macht so eine Scheiße, weißt du. Ja, weil sie keinen hat vielleicht, deswegen aus dem Grund, weil sie meint, die ist dann ganz alleine, weißt du. Kann auch sein. Ja. 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 Ja, mach das mal, bis gleich. Jo, alles gut. Okay. Kann mir einer bitte mal sagen, wenn ich auf dem Kopf bin? Du bist auch nicht auf dem Kopf Ja, kann mich mal einer bitte rumdrehen Ja, ich drehe dir um Aber irgendeiner ist schon im Bagger drin Ei, 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 nix, kennen sie nix Du bist auf dem Kopf Ja, danke schön Jo, danke, danke, danke schön So, muss mich schon rumbringen Stimmt, ich weiß nicht Ist Flavius wieder raus oder ist er rausgeflogen? Ja, ne, der hat verlassen oder rausgeflogen, gar keine Ahnung So, ich bin ja einfach so lange fertig Ich hab ja den einen Autoson genommen Ja, wir machen sowieso jetzt Liste gleich dann Alles gut Ich muss mal im Kurs mit dem Falscheuer diskutieren Ja, man, alles gut Ist doch lustig Ist doch cool, oder? Ja, ja Ja, ja Muss sein, so sehen Ich bin so froh, dass Wochenende endlich ist Weiß, weißt du, ich kann mal chillen weh Und ich muss nicht extra weg gehen Oder irgendwas Oh, Mann Tut so gut Ah, da ist Da ist mein Schnuckipupsi Haasipupsi, Schnuckibärchen Haasipupsi, Schnuckibärchen Haasipupsi, Schnuckibärchen Haasipupsi, Schnuckibärchen Haasipupsi, Schnuckibärchen Haasipupsi, Schnuckibärchen Ne, ich hatte auf einmal Von Also ich war auf einmal eingeloggt So, ja Ich war auf einmal eingeloggt Und von meinem best Also von meinem bester Kumpel Der Account war auch eingeloggt Gleichzeitig Und ich bin jetzt mal in Remote Play Ja Da ist irgendwie was schiefgelaufen Und jetzt mal in Remote Play rausgeflogen Ja Was, warum auch immer Und jetzt habe ich einfach mal schnell Die PS4 neu gestartet Und jetzt ist der Fehler weg Deswegen bin ich auch Ne Der ist nämlich Mein Account ist jedes mal Zum anderen gewechselt Achso, ja, das ist Wenn er sich anmeldet damit Wenn du gekoppelt bist mit dem, weißt du Dann ermöglicht sich Dann fliegst du automatisch raus Es ist normal, aber Danach geht es wieder Wenn er dann Wieder rausgegangen ist Kannst du dann wieder rein Weil du kannst, eine hat bestimmte Spiele Oder was runtergeladen Zum Spielen oder so Weiß nicht Ja, alles gut, da passiert nicht Kannst du immer wieder rein Ja, alles gut Ja, ja, alles gut Äh, Teller, du bekommst du vor ein Auto Ein Auto würdest du haben Dann ist dein letzter Auto Den Ich glaube, wir machen gleich Liste dann, gell Ja, ja, alles gut Ja Möchtest du auch das Auto oder willst du die Tage haben Die Tage dann Ja Läuft ja nicht weg Ja, alles gut Nee, wie gesagt, die Tage dann Ich will heute erstmal nur abschalten Ja Es reicht mir, wenn ich schon mein BGB mit voll den Jensen Host ganz sehe, ey Boah, was ein Drecksauto Hol mal ein scheides Auto, man Das nervt, man Schieb das jetzt einmal weg, ey Hol ein scheides Auto, nicht zum Schmutz, ey Ist ja ätzendotal Ist ja umgedreht Ja, aber das ist scheiße Ich sag immer viergegig, bitte Weißt du, dann ist das besser Sonst dreht er sich immer wieder rum Du kannst wieder rumdrehen Und da drum Und das dauert viel zu lang Krieg's gut dieses Äh, willst du auch das haben? Ja, kannst du auch haben, ja Kannst du auch haben, ja Ach, ne Ach, ne Äh, ja, okay Dann erklär mit Womst du bitte an Was los Erklär mit Erklär mit Das, wie Adam und Eva geschafft hat, dass wir über 8, 7 Milliarden Leute auf in der Welt sind Das kann ich mir nicht geben, ja Das brauch ich erst mal echt Das musst du mir erst mal erklären, falsch Voller Uah Also da kann ich nicht mit hin, will ich auch nicht Echt besagt, ey Aber auf jeden Fall ist es merkwürdig Es ist merkwürdig Weil Überleg doch mal Guck mal Früher Ganz, ganz früher haben Dinosaurier gelebt Und bla 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 Da war die Erde voller Wasser und so Wo sind dann die Menschen auf einmal hergekommen Und alles drum und dran Also verstehe ich nicht Ich kann mir das nicht Ja, von Bakterien sind wir vielleicht entstanden, oder was? Oder keine Ahnung Ja Wo ist Ja, genau Also ich glaub mehr an die Erfassung als mehr Das ist einfach entstanden und fertig aus Das war doch da, ne Keine Ahnung, oder? Ja Ja Ja, genau Also, ich möchte mal was sagen Aber guck mal Leute Aber, 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 aber du hast das gesagt, du klopft dir an den Ort und an die Tiere Ne, ne, ne Ist die, äh, warte mal Ach so, dann hab ich den Milchfallschirm aufgeregt Dann haben wir mit dem Kreml Was ich früher ganz schlimm fand Meine Mutter hat ja immer, vor einer weineren Gasse der Film gesehen geboren, ne Meine Mutter hat ja immer vor einer weineren Gasse der Film gesehen geboren, ne Ja Ich hab den Film, ihr habt den Film absolut gehabt Das war eine, um, ich hab den Film absolut gehabt, ich weiß nicht warum ich bin absolut gehabt, hab den Film Aber guck mal, der Nostradamus zum Beispiel hat vieles vorausgesagt und es ist wirklich passiert, ne Ja, das stimmt schon War, ja, ich kann euch irgendwann sagen, irgendwann fängt der dritte Weltkrieg an oder irgendwann Ja, aber, das, ja Das, ja, das, ja Das, ja, das, ja Aber irgendwie, äh, das ist, das stimmt, was er gesagt hat Also, das ist schon, irgendwie, äh Äh, glaubhaft, sag ich mal so Weißte Also, ich sag mal, nicht, dass der jetzt da so ein, äh Einer war, wo jetzt das, äh, das vorausgesehen hat Das glaube ich eher nicht, aber er hatte eine Ahnung gehabt, so, weißt du Er hat sowas schon geahnt, irgendwie, dass es mal kommt Und, weißt du, genau wie manch andere da Was man ahnt halt, ahnt man nicht, weder passiert's oder nicht Aber, das muss man halt genau wie, äh, manch andere Sachen, ja Du kannst dir ja auch schon vom Kopf aus denken, zum Beispiel Oh, jetzt passiert genau das gleich, was ich jetzt in meinem Kopf denke Weißt du, wie ich mein so Da weißt du das Du hast dann, so, äh, aber Ne, ne, das ist natürlich nett, aber deswegen ist das ja, sag ich ja Das ist wirklich merkwürdig, dass das aber genau passiert ist, was der gesagt hat Ja, gut, äh, stimmt auch wieder Nein, das muss ja irgendjemand gesagt haben, dass das in diesen Jahren passiert Und er muss das gehört haben oder so oder was und hat das dann gesagt, als, wie wenn er da, keine Ahnung Äh, die haben diese Dinge gemacht, da, diese Ägypter da Ja, mehr als zwei Tonnen, der hat so kluge Ah, die haben das, die haben das zusammengebaut, also, Stock für Stock, sag ich mal so Also, ich sag mal nicht, Stock für Stein für Stein und so Nein, ich kommst du nicht, ich kommst du nicht mit der Ufel-Theorie So, sie mal fertig, ja? Ich kommst du da mit an, ne? Und du mit Elend-Theorie Nein, das glaube ich Also, die Pyramiden haben die gebaut mit Händen und alles, was sie da hatten, das Zeug, da haben die da zusammengebaut Ist ja klar, diese ganzen Dinger da, was die da so, genau wie, äh, da diese Tunnel da, wo die da ihre Schätze vergraben haben, bla 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 Das haben die ja, haben wir ja schon in Reportagen gesehen, wie die das da, so, ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, aber guck mal, die, die, äh, Wampff fiel hier Ja, ja Oh, äh Ja, aber guck mal, die konstant Sonst waren die Artikel, die waren sehr fortgeschritten, die Römer waren sehr fortgeschritten. Das ist ja eine Person, weißt du meinst? Ja, das waren ja... Ja, aber die Römerzeit wurde ja auch weitergegeben. So ist immer fertig, oder? Ja, aber die Pokéminen gab es ja in Südamerika genauso. Ja, kann gut sein, ja. Ja, das ist schon irgendwie... Ja, die müssen... die müssen ganz schön schlau gewesen sein oder so, weißt du? Ich weiß nicht, wie die sich das ausgedacht haben, aber das ist schon echt krass. Ja... Ja... Und guck mal, diese ganzen Dinosaurier, die sie gefunden haben und was die da heutzutage alles noch finden und sowas, gell? Das ist krass. Ja, das ist das. Ja... 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 Ja, ich glaube da... Ja, ich glaube da... Es ist halt was Geheimes... Äh... Wo niemand sieht, oder weiß. Das ist Top Secret einfach. Weißt du? Was ist das? Was ist das? Ah, was denkst du, was da drin ist, wo keiner weiß bestimmt? Ja... 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 Ja man... Natürlich... Da kann keiner rein, nix. Ja... Da kann alles möglich sein, die Kinder geheimfassen drin haben, alles mögliche kann man nicht wissen. Ja... Äh... Äh... Ne, weil... Aber es gibt jemand... Es gibt Leute... Zum Beispiel auch... Äh... Was ich jetzt auch so gehört hab schon... Ist äh... Zum Beispiel... Wie äh... Nennt man das zum Beispiel... Wenn Leute... Sicherheitsleute zum Beispiel... Ja... Äh... Security oder irgendwas... Ja... Wo schon... Jahrelang in der Firma sind... Und die mussten jetzt so ein Objekt oder sowas... Äh... Äh... Schützen... Ja... Und der eine hat mir mal so erzählt gewesen... Dass dem ist ein Kumpel da... Der ist ja... Keine Ahnung... Er war so 35 Jahre dort... Bei Security... Und der musste da... So ein... Äh... Objekt musste der da von... Area 51... Sag ich mal... Der war nicht drinnen oder so... Er durfte nicht rein... Gar nichts... Nur draußen... Musste er mit mehreren Leuten... Äh... Bewachen und sowas... Aber... Der hat das... Wochenlang hat er das Objekt bewacht... Da ist keiner rausgelaufen... Weder rein oder raus... Oder sonst was... Da waren überall Kameras... Da waren Riesentore... Kannst dir nicht vorstellen... Wie da... Wo der mir das erzählt hat... Und so... Aber er hat nichts gesehen... Du hast keine Schweine... Keine Sau gesehen... Gar nichts... Da waren nur Kameras überall... Und Riesentore waren da... Aber was dahinter war oder so... Keine Ahnung... Das waren Panzerdinger gewesen... Keine Ahnung... Es kann auch ein versteckter Bunker sein... Eventuell... Man weiß es nicht... Oder für Krieg... Wenn Krieg ist... Dass die da reingehen... Es kann nix... Es kann Atomwaffen drin sein... Äh... Forschungs... Forschungssachen... Aber... Aber was... Ja... Aber was ich mir nicht furcht... Was es aber komisch ist... Ist... Da siehst du monatelang... Kein Schwein... Keine Sau... Das ist merkwürdig... Der war das ganze Jahr dort... Da ist keiner rein... Raus... Egal wo... Der hat alles beobachtet... Rechts... Links... Überall... Und so... Die haben die Kameras aufgestellt... 24 Stunden... Jeden Tag... Die haben kein Schwein gesehen... Nur die Kameras... Die haben sich bewegt... Die Kameras haben sich immer bewegt... Rechts... Links... Hoch... Und runter... Überall... Und so... Weißt du... Aber... Ja... 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 Das ist schon heftig... Wenn du so überlegst... Was es alles gibt... Wo kein Mensch weiß... Wo versteckt ist... Und so... Weißt du... Wo nur das Top Secret ist... Warum... Das... Krieg ist... Krieg... Ne... Sag ich einfach... Und die Amerikaner... In der Osten... Krieg führen... Oder mit Panzer... Mit... Waffen... Gewalt machen... Weiß ich nicht... Musst du mal bei Youtube... Schauen... Ich mach sowas nicht... Kann ich dir nicht sagen... Ja... Weiß ich nicht... Aber... Das Problem ist einfach... Ja... Okay... Ähm... Krieg ist Krieg... Kann man nichts dran ändern... Einfach... Das ist eben das Dumme dran... Aber... Ähm... Nein... Aber... Warum dürfen die Amerikaner Krieg führen... Und die Russen nicht? Das... Ja... 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 Das ist schon merkwürdig... Wie? Ja... 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 Überall... Sie tun alles bewachen... Natürlich... Ja... Oh... Da... Wenn ja ich davon... Na ja... Hh... Nein... Nein... Hu... hmm nö na 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 ja heftig ich kann mich darüber auflegen aber deswegen sag ich ja immer das, was du im Fernsehen siehst, das ist nicht die Realität. Die Realität wissen nur die, die drüben sind im fernsehen siehst du irgend so einen schmutz wo gar nicht stimmt ja er da wegen die weiche warum wegen der wahrheit dass die nicht rauskommen Das ist alles. Die Wahrheit, die darf nicht ans Licht kommen bei denen. Das ist es ja. Ja, die Wahrheit werden die nie uns sagen. Das ist ja die Scheiße. Ja, das hat ja mit dem nichts zu tun. Aber die Wahrheit, weißt du, das ist es ja. Ah ja, ja. Ah ja, ja. Hm. Ja, das ist krass. Ja. Schon heftig, heftig, gell. Da kannst du nichts machen. Was willst du denn da machen? Nein, ich sag dir ehrlich. Wenn es hier Krieg geben würde, ich würde rausgucken, würde warten bis zu Ende. Es würde nichts machen, gar nichts. Bin ich dumm, für was? Ich würde nichts machen. Nein, ist so. Alter, doch, aber was kämpfen? Willst du kämpfen und vor allem ist dein Kind alles tot? Es wäre ja noch tausendmal schlimmer. Ja, aber was machst du? Ja, aber was machst du unterwegs? Deine Kinder, die sind unterwegs weg oder sind tot und so? Alter, nee, das könnte ich nicht ertragen. Niemals, nee. Nein, ich würde nichts machen, nee, nee. Wenn ich eins meiner Kinder verlieren würde, glaub mir, denn, Alter, ich wäre gleich weg. Wir wären alle weg, glaub mir, das würden wir machen. Weil das macht keinen Sinn, Alter. Du bist eh schon kaputt, dass du abhauen musst. Und wenn du noch einen Teil von deiner Familie verlieren würdest, ist alles vorbei. Glaub mir, da denkst du gleich anders. Ist so. Ich würde da bleiben, weiter warten, bis alles vorbei ist. Für was? Macht keinen Sinn. Nee, aber wenn das kommen würde, warum soll ich denn abhauen? Hey, ich lieb mein Land. Warum soll ich in ein anderes gehen? Da wäre ich schon lange ein anderes Land. Du siehst sehr scharf, Boss. Ja, mir auch nicht, hä? 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 Naja, aber da, wo ich bin, bleibe ich und da sterbe ich auch, egal wie. Aber, aber, aber ich will niemals in Russland hin, äh, hin, da darf man niemals eine Meinung sagen, da kommst du sofort ins Gefängnis, nee, ey. Ja, und alles Mögliche, das ist noch schlimmer. Ja. Nee, in anderen Dingen, ja. Weil wie viele Leute in Gefängnis sind und in Arbeitlager sind in Russland. Ja, ähm, es gibt viele, die ihre Meinung gesagt haben und trotzdem in Gefängnis sind, also da gibt gar keine Meinungsfreiheit. Ich guck ja, äh, äh. Ja normal, ja das ist immer normal gewesen. Die wollen so Gierenwäsche machen mit dir. Einfach nur Corona kam, aber was die Politik daraus gemacht hat, fand ich lächerlich. Ja, ich habe mir zweimal impfen gelassen. Ja, zweimal ja. Ja, die, die gesagt haben, sollen sie nicht machen, das ist richtig. Nein, nein, das Problem ist, aus Familiengründen habe ich mich geimpfen lassen, weil Corona ist ohne. Klopfe wird, Corona gibt es, wir reden, aber was für Maßnahmen die gemacht haben. Hörst du mir mal bitte zu? Die Maßnahmen, die Maßnahmen hat die Politik gemacht, wie die alle Lehnen so gemacht hat. Das haben die ein bisschen falsch gemacht, weil sie meinen, aber wobei haben sie auch so üblich gemacht. Hunter, das Problem war nicht die Regierung, das war das Problem, jedes Bundesland hatte zum Schluss eigene Regeln. Du bist ja selber nicht mehr durchgeblickt. Hast du auch nicht mehr selbst durchgeblickt. Ich bin, ich musste jedes Mal, wenn ich ein anderes Bundesland, musste ich andere Regeln befolgen. Ich kam selber durcheinander. Also da war ein Fehler von der Bundesregierung, weil die Gewaltenteilung ist einfach. Ja, das war doch ein Fall. Bei Hater, äh, bei unten. Genau so sieht's aus, ja. Ja. Ich will, weil nicht so viele Leute nur dort gerade waren oder viel Ausgangsschwerke war im Winter. Tom hatte so kaum Erkrankten Ich hatte zweimal Cargona Da war Cargona Doch bei mir auch Bei mir war es auch Ja 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 Das ist immer so Ein halb bisschen Ja oder nicht Ja Ob das jetzt wirklich gestimmt hat Ja Ist auch eine Frage Die PCR-Tests sind nur Es werden nur Antikörper Es wird nach Antikörpern gesucht Wer ist das nicht Das ist kein Wie gesagt Der Test zeigt dir eigentlich nur an Ob du Antikörper hast oder nicht Mehr nicht Ja Ob du Äh Ob du Ob dein Körper schon Antikörper gegen Äh Dieses Virus äh Gemacht hat Mehr ist das nicht Doch zeigt's an Doch Boah Boah Er mag welke Art schließen Ja Ich guck da auch nicht Ich guck Ich guck ganz Ich guck ganz selten Fernsehen Das hat damit nichts zu tun Nehme Ich hatte jetzt auch zweimal Cargona Ob das ist schön Oder nicht Kann ich nicht wissen Ich bin glatt Ja Nein Nein Ich fand ich nicht alles erklärt Dann sieht das alles wie Cargona Ja Nein Oh Hi 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 there Our fearless leader Hello Hello Ja. Das ist manchmal wirklich so, ich soll mal das erklären, so, wie soll ich das jetzt sagen? Ne, 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 natürlich nicht. Aber, ja, ich weiß, es sind auch so Bekannte, kenne ich, ja, wo auch gestorben sind, wo die gespritzt worden sind, von da sind sie gestorben, 14 Tage später oder so, ja. Aber die waren vorerkrankt halt natürlich, ja. Das ist immer ein Risiko. Bei Hilfe, egal was du, äh, da, ah, 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 ja, du schaltest mich wieder drauf ein, ja, ist gut. Bei Hilfe, ich, äh, bei Hilfe, 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 da, ah, 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 ah. ah, 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 ah Impfung. Ja. Beide mehr Zussbrauen, gar keine Ahnung, so auf was. Ähnlicher habe ich mitbekommen. Ja, deswegen. Ja, aber. Ja, ich glaube nicht alles, was Leute erzählen in deinem Leben. Ich habe doch meine eigene Meinung. Du kennst meine eigene Meinung nicht. Ich habe so ein paar Sachen. Ja, ja. Ja, da bin, äh, bin, äh, bin, äh, bin, äh, bin familienmäßig, meine Güte, verstehst du doch nicht? Nee. Oh nein, aber wenn du eine sehr herrskranke Mutter hast, äh, 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 ich will die nicht mit Corona anchecken. Also erzähl mir nichts, äh, äh, äh. Ja. Ja, äh, äh, ja, äh. Ja, dann, äh, hören wir auf, dann hören wir auf mit die Dissotiererei, weil ich... Ja. Ja, meine Meinung, du hast deine Meinung. Ja, weil, äh, 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 wenn es um Familie geht bei mir, dann, äh, 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 ich würde mich nicht impfen lassen, aber sobald es um Familie geht, dann mach ich das schon. Von Familie ist von mir entwickelt. Damit hat er... Mmm, äh, 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 hätte, hätten die nicht gesagt. Fuck. Nein, gar nicht, weil das gar nicht gab bei uns, oder so. Ja. Ja, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wollt ihr mich freiwillig? Ja. Warte, ich hatte zweimal Corona innerhalb von einem Jahr, ja, das war wie eine Rippe, ne? Ja, bei mir ja auch, aber nur das einige, was halt schlimm war, war, sobald du da die Spritze da reinbekommen hast und dann auf einmal ist dir komisch geworden manchmal oder so. Ne, bei mir, er hatte gar keine Symptome bei Impfung. Ja, aber trotzdem, es war ganz, ganz anderes Gefühl, was ich so nicht kenne, so wo ich noch nie hatte, so, weißt du, wo ich das war? Ja, aber zum Glück, sag ich mal, ist alles gut gegangen und alles, weißt du schon? Ja, ja, auf jeden Fall. Es hätte ja auch anders ausgehen können, sag ich mal. Ich kann immer bei, bei, bei hätte, bei hätte Impfung, ähm, da, bei hätte, bei hätte Impfung ist eine Gefahr bei, weißt du, mein? Weil jede Impfung ist eine Nebenwirkung. Das ist richtig. Ja. Wie viele Leute da gestorben sind, das war Wahnsinn. Ja, so ist es. Ja, alles gut. Ja. Ich bin so dürrlich. Das ist einfach eine normale Rede. Es lohnt sich einfach über Politik und über Corona-Maßnahmen. Und die kann ich auch so kriegen. Was ich mal fragen wollte. Kennt ihr die zwei Steine? Kennst du die? Kennst du die denn? Du blöd Mann. Nein. Kein Spaß jetzt. Kennst du die nicht? Ehrlich nicht? Es gibt irgendwo... Nein, das meine ich doch nicht. Nein, das ist so. Irgendwo gibt es... Ich weiß nicht, wo das ist genau. Da sind so... Rechts und links sind so große Steine. Ja, so... Keine Ahnung, sind so ein bisschen... Soll man sagen, so wie ein Hinkelstein. Nur ganz größer sind die. Ja, rechts und links ist einer. Und dann sind da solche Dinge eingeritzt drin. Diese Sachen, was... Zum Beispiel alle 10 Jahre passiert das. Das und das ist passiert und so. Das steht alles da drin. Also... Wie soll ich das sagen? Ich guck mal, wenn ich es mal wieder finde. Ich wollte das letztes Mal so... Da guck ich mal und dann schick ich euch das mal. Ich fotografier das dann mal. Und dann das, was da drin steht und so alles und so. Das ist brutal, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Aber du kannst es auch mal googeln oder sowas. Das ist halt wie so eine Denkstätte. So ähnlich. Nur halt in Steinen. Zwei Steine rechts und links. Und dann ist so... Weißt du? Nein, da steht auch drin, dass... Zum Beispiel wegen der Übervölkerung und so. Ja, dass wir schon mit so viel übervölkert sind. Und so und so viele Leute auch noch sterben müssen. Sonst sind wir übervölkert. Das steht alles da drauf auf dem Stein. Das ist eingeritzt da. Da weißt du... Das musst du dir mal geben. Ja, das ist... Das musst du dir mal geben. Das ist... Und alles, was da drin steht... Alles, was da drin steht, ist auch wirklich passiert. Ja. Und alles und... Deswegen müssen ja auch Menschen sterben. Weil irgendwann haben wir ja gar keinen Platz mehr auf der Erde. Aus dem Grund passieren ja auch Attentate, bla 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 und alles Mögliche. Ja, ja. Und der Krieg, was da ist, das ist alles gewollt. Ja, das ist alles überlegt und gewollt. Das ist kein Zufall. Ja. 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 Aber überleg mal. Ja. Das müssen die sozusagen bei uns auch machen. Da passiert sowas auch nicht mehr und so. Weißt du, was ich meine? Ja. Du weißt, was ich meine, gell? Ja. Ja. Ja, Mann. Krass. Ja. 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 Aus dem Grund. Ja. 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 Das war das, siehst du. Ja. Das, was ich gemeint habe, ja. 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 Ja, das müssen die... Ja. Ja, das müssen die... Ja. Nein, aber das ist schon gut, wenn man so was weiß manchmal und da überlege ich manchmal auch, dass es besser wäre, weil ich stelle dir mal vor, du laufst da lang oder es ist keine Ahnung, du machst bumm, du bist mitgenommen worden von so einer Bombe oder keine Ahnung was, das ist schon schrecklich. Ja, ich habe schon gesehen, wo die noch hingegangen sind, die tun das noch so dokumentiert, dass jeder weiß, wie das funktioniert. Das ist ja das Geile, als wo ich lachen muss, da denke ich, guck mal, die sind so dumm und sagen das noch da drin, damit der Nächste das gleich wieder nachmacht. Weißt du, manchmal ist das so dumm, warum erzählen die das überhaupt, Alter, was, Mann, Alter, so blöd, ey. Ja. Ich doch nicht, bist du wahnsinnig oder was, um Gottes Willen, nee, nee, nein, 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 die, 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 da, ja, ja, nein, die, wo die das gemacht haben, wo die das doch gemacht haben, haben die doch die Polizei selbst das erzählt, wie die das noch gemacht haben, dass das passiert, das meine ich. Die haben da so eine, so eine Ding, die haben da so ein Loch gebohrt und, ja, ich will das jetzt nicht sagen, da, warum sage ich das überhaupt? Also, du weißt es ja, aber ich will das jetzt, ja, das haben die da gemacht und haben das doch da auch gezeigt und so, dann haben die doch auch das so gemacht und dann ist das auch explodiert und so eine Scheiße. Mit so Wasserstoffzeug oder was, keine Ahnung, oder irgendwas, wo, da Gas oder Gas oder was, keine Ahnung, gell. Ja, 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 Sauerstoffgemisch, ja, ja, genau. Ah, nein, die haben da so einen Schlauch reingemacht und so, einen Schlauch oder was das war und dann haben die das so gefüllt, gefüllt und dann irgendwie mussten die das doch, ja, irgendwie so zum Explodieren gemacht. Ja, mit Zinschnur, oder, oder was? Jo, Patrick, danke dir auch, ebenso. Er hat Zinschnur, oder irgendwas war das da, ja? Danke, Patrick, ich dir auch. Schöne Nacht noch, gell. Ja, das haben die ja auch noch da gezeigt, die haben es sogar noch live gezeigt und so, weißt du, haben sie auch angesteckt, wie das explodiert ist, tausend Teile und so. Da denke ich, warum sind die so blöden Zeigen das da drin noch, weißt du, normalerweise soll man das doch nicht zeigen, da machen erst recht die anderen so Quatsch noch dazu, weißt du. Ja, deswegen soll ja kein Bargeld mehr am besten in Deutschland sein, nur mit Karte bezahlen, ja, ich kann auch mit Karte bezahlen, ich bezahle sowieso nur noch mit Karte. Ja, ich hab gar kein Bargeld mehr. Ja, was denn, brauch ich doch nicht, für was? Ist doch alles da drauf, da kann ich doch alles kaufen. Ja, aber wir können eh nichts machen, ja, aber, ah ja, klar, wenn die das ändern wollen, machen die das sowieso, da fragen die uns nicht. Das ist klar, da kannst du nichts dagegen mehr tun, was willst du machen, wenn es nirgends mehr Bargeld gibt, hast du auch keins mehr in der Tasche. Hä, das wird es in jedem Land geben. Wahrscheinlich doch, wenn es schon in Holland ist, dann wird es auch irgendwann mitmachen, manche. Oh. Machen die dort auch so ein Zeug dort? Ja. Ja, komisch, da machen die das nicht, nur bei uns, oder wo sie es können, das verstehe ich nicht. Ja, Flavius, bis gleich. Haha. Aha. Ja, oder die müssten, die müssten die auch markieren bei uns. Ja, die müssten bei uns, die auch markieren, dass genau das gleiche ist, damit die nichts mehr anfangen können damit. Mhm. Ich weiß nicht. Ah ja, aber lieber ist es so, ist markiert und dann tut keiner mal was sprengen oder sonst was und so, weißt du? Ja, bis jetzt haben sie noch nichts dagegen gemacht. Ja. Ja. Ja, aber was steht dir vor, du wohnst gerade da nebendran auf einmal nachts, boom, alter, du wärst wach, alter, oder keine Ahnung, was, weißt du, wie ich mein? Nee, natürlich nicht, natürlich, ist klar. Ja. Ja. Ja, ist trotzdem aber krass, gell, das, das ist schon so schlimm ist, weißt du, was ich meine, dass die hierher kommen müssen und das zu machen, weißt du? Ja, ich meine, das ist traurig, traurig, sowas. Echt, ganz ehrlich? Ja, ich sag mal, ja schon, natürlich, wenn die wissen, es ist so leicht, also da muss mal, dann müssen die auch mal gucken, dass das auch halt mal abgesichert wird oder keine Ahnung was, oder was dagegen getan wird. Ja, 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 ist klar. Hm, stimmt, ja. Hm, stimmt, ja. 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 Ja, sicher. natürlich ja klar Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ist klar, ja. Ja, ja, ist krass. Ja, ja. Ist schon krass, ja. Ah, da mit dem Typen da, ja, ja, das kenn ich. Der Keks da, ja, ja. Ich weiß nicht, aber wer macht so was überhaupt da dran, also weiß ich auch nicht. Aber du siehst doch mal, du siehst doch aber mal, ja, aber da siehst du mal wieder, weißt du, wie die Firma, wie blöd es sein kann, sowas dahin zu machen. Weißt du? Ja, aber mal eine andere Sache nehme ich, auf jeden Fall, ich glaube, die Menschen werden immer schlimmer. Du merkst, wie dumm und wie schlimm die Leute nur noch wären. Ja, die haben überhaupt bei Polizei gar keinen Respekt mehr, nix mehr, wie früher, weil sie meint. Ich glaube, dass sie früher��에 nicht ihr Ker x ab. Ja, ich bin crease geantwortet. Wie funktioniert das kann? Ähn." Ja, ich denke, consci鐵, bin ich blei, weißt du siehst. Ich denke, in Keine, du aquatic bist und du siehst nicht, auch wenn sie das demands... Ja, ich weiß, ich darf in die Banten-Clan. Ja, ja, das ist krass. Ja, aber die haben das wieder zurückgebracht, die haben es wieder zurückgekriegt. Ja, aber ich finde einfach so, es ist meine Meinung, wenn ihr weiterredet solltet, wollen wir jetzt ein Ding machen, Liste starten oder was noch? Nein, ich bin von GTA rausgegangen, ich bin nur ein bisschen am Unterhalten. Ja, wir können ja dabei spielen, ich bin gleich wieder da. Ich bin noch in der Party ein bisschen noch. Nein, nein. Nein, alles gut. Nein, ich sage nur eine Sache. Ja, einfach nur dumm genug, die müssen einfach nur Härte bestraft werden. Die erste, wo man kriegt die erste Straße, muss man die... Ja. 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 Ja, nein, 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 das ging gar nicht. Also da, 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 meine, 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 meine... Ja, aber wir sind nicht mehr in Hitlers... Ja, aber das kannst du auch nicht machen. Nein, das kannst du nicht so machen. Ich finde es so schlimm genug, aber dann sind wir vielleicht in die... Vielleicht... Nein! Nein! Ey, ey, warte mal! Bist du nicht selbst Ostländer, von dem man fragen darf? Ja, aber... Nein! Aber... Beispiel... Du bist... Ja, okay, okay... Ostensiegler, aber trotzdem ein Ostländer! Wurde die Nazi-Verhältnisse, auf jeden Fall ein Ostländer! Da können wir jetzt nicht... Alles spät? Das hat bei Hitlers Seite gar keine Bedeutung gehabt. Trotzdem warst du ein Ostländer! Das will ich nur darauf hinweisen! Nein, nein, nein... Äh... Du... 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 Ja... Nein, nein, nein... Du hast gerade angefangen... Hitler muss erst schließen... Dann... Sag ich... Dann... Dann kommst du wieder in Hitlers... ...2. Wähler! Genau die gleiche Ursache hast du gerade gebracht! Okay, vielleicht hab ich dir auch mitfalt schon! Ja, wie die... Wie die Amerikaner und Engländer und die Fassosen! einer der Geschwisternen.... Anschein... ... ... Wir haben eine Scheiße! Wir gehen nicht arbeiten... So, jetzt zeig ich mir irgendeinen Faktion. Ja, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber was du gerade in den Mund genommen hast, das meint ich. Darauf würde ich gerade nur hinweisen. Weißt du meinst? Alle sollen verbrennen und hätte so ein Riesenbild, das war Hitler-Zeiten. Da können wir so diskutieren, wie wir mögen, aber das ist genau die gleiche Aussage, was die Nazi-Zeit gesagt und gemacht haben. Ja, 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 und die Seiten waren die so toll, wie du es denkst, oder? Ja. Ja. Ja, ich mag die sofort. Ich mag die sofort einfach nicht, wie du so mit Menschen krägst. Ja. 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 chorus So, wenn ihr irgendwas klauen, yo! Ja, wir reden ja in unserem Land, ich rede die ganze Zeit von unserem Land, aber nicht von anderen Ländern, aber du von, ja, ja, du, ja, ich weiß nicht, du checkst sie immer so drauf ein, oh mein Gott, ja, ich weiß, im Leben ist alles um, ja, ja, dann sind die Russen nicht gut, dann sind die anderen gar nicht gut, also was kann man in dem, ja, die Sücher sind ja auch erst noch nicht so lange wie, ich sag mal, wie die anderen. Weiß ich doch nicht, ich bin auch der falsche Ansprechpartner dabei, nämlich ob Syrer oder Russen oder Amerikaner oder dies oder das, weiß ich mein? Aber, aber du kannst das nicht vergleichen, aber, 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 du kannst das nicht vergleichen, heute und früher sind ganz unterschiedliche jetzt kommen diese mittel내 localionen Web reinbeugen in den Emmausland... ja, 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 mann, ja, 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 ja Hier, darum sage ich immer Leben und Leben lassen, weißt du mein, darum heilt ihr mich auf mein Verzweiß raus. Ja, aber darum gucke ich kaum noch Politik und die Nachricht und was anderes. Ich habe eine eigene Denkweise, weißt du mein, so ist das in dem Leben. Ja, aber die föhnen, aber viele föhnen ja, nein, aber viele, ich kenne viele Ausländer, egal auf welchem nationalen Tier, die föhnen gerne arbeiten, aber die dürfen hier nicht arbeiten. Nein, 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 das ist ihm scheißegal, soll ich einfach, ja, aber warum sagt die Politik, die dürfen nicht arbeiten, das ist auch die Politik soll. Ja, und, 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 und dann, und, 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 und dann gibt's dir die Führer, die Freude dafür? Die will ja was alleine reichen, du hast, das hast du die ganze Zeit so formuliert. Ja, aber die können, die können sie ja nichts aufbauen, und dann, und, 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 nein, könnt ihr suchen, nein, 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 ihr habt, ihr habt so ein paar Freunde gehabt, in Arbeit, ähm, in Lenz. ja dann fang mit mir nicht sofort an ich bin wieder da ja umfassbar ich habe viele für den arbeit aber die dürfen nicht arbeiten was ist das ja das ist wichtig das ist das problem hunter das meistens ist das problem rechtlicher sei jetzt ja und das ist das dumme dran hier in deutschland so kippen haben wir in der arbeit hat der hunter das ist eine falsche aussage so dumm ist sind die gesetze eigentlich nicht der antal 30 prozent die gesette sind so dumm ist man verharmlose ja sicher sind so dumm hunter wenn du dich wirklich mal mit gesetzen auseinandersetzt und ich setze mich im moment sehr viel mit gesetzen zum beispiel bürgerrecht strafrecht strafprozessrecht und halt alles ich hab das durch es gibt manche gesetze klar sind die scheiße da kannst du nichts machen vielleicht werden sie irgendwann ersetzt oder anders formuliert oder da hast du mehr klauseln oder sonst irgendwas aber das wesentliche es kann kein einziges gesetz kann ein grundgesetz sag ich mal überschreiten oder das außer kraft setzen die gesetze sind so gesehen eigentlich auch die grund gesetze ausgelegt ja ja das ist nicht da so komplex waren aber die aufs war ich warum überhaupt nicht gefällt da können von mir auch die menschen hören warum sollen die schüttel verbrannt werden und es lieben weil man dann sind wir nur in der zeit bei gemein nein das das wird auch nie passieren oder irgendwas jeder jeder mensch das sind grund ist im grundgesetz jeder grundgesetz ja ich weiß doch mal wer auch nicht so was ist jeder zum beispiel ein niederländer der nach deutschland der sobald die die grenze übertritt nach deutschland hat und rechte die in der bundesrepublik deutschland verfasst sind aber nicht mal die bürger also bürgerlichen grundgesetze wie zum beispiel freie wahlen für freie wahlen oder sonst irgendwas das haben wir nicht um den grundgesetz ja glaube es sind die gesetze aufgebaut und wenn sag ich mal ein asylant hierher kommt dann hat er genau diese grundgesetze so wenn er die deutsche staatsbürgerschaft hat 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 er genauso und das grundrecht also sag ich mal also so wie ich doch immer falsch schon hat vorlag nicht da auch ein bisschen falsch nehme ich hatte auch viele ausländische kollegen wir hatten gar ein deutschland und wir hatten nicht so viele rechtstrecke wie wir ja weil sie nicht die deutsche weil sie keinen deutschen pass haben weil sie nicht deutsche staatsbürger sind ja genau die europa fall verteilt oder was auch immer nein heißt es nicht die müssen deutsche staatsbürger sein um irgendwelche was zu haben wenn sie das nicht haben wegen was weiß ich wegen irgendeinem verfahren oder sonst irgendwas sind sie nicht deutsch und deswegen haben sie auch nicht diese grundgerechte die sind auch nicht so die haben auch nicht die grundrechte gibt da gibt es die alles total recht aber ich sag früher war noch ganz anders seitens als heute heute früher fangt da waren wir auch total eine zweite fahrung für eine verändern eine waren amkade und eine und eine waren großen zeiten wollte man denn du kannst beitreten ja also jeder wo mitspielen will kann da reden ist aus der öffentlichen lobby ja ich will eigentlich mal diesen typen stumm stellten tippen auf den sack das ist so ein franzose alter ist der auto hat das spiel bestimmt mit den anderen jeder kommt dann ist der kommt ja 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 ne aber wenn der mit denen spielt und kommt dann mit schon ne ist ja 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 er kann der play kann ja mitspielen wenn er auch nicht kann er gerne mit uns spielen klar es kann immer jeder mitspielen wo gerne bei uns mitspielen will ja aber das normale spiele liste von irgendeinem random sind es ja irgendein random Stuntrennen ist da dabei und so ist er jetzt reingekommen aber ja 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 Ja, das war's. Alter, was ist denn das da hinten, Alter? Alter, was ist denn das da hinten, Alter? Alter, was ist denn das da hinten, Alter? Das ist ein Draußen-Aventure auf jeden Fall, schon geht es nicht, aber, na, sonst kann mir da keiner helfen. Boah, what the fuck, Alter, das ist ja voll krass, ey. Alter, okay, das ist echt heftig. Musst du nur ganz gerade fahren? Müsst du eigentlich klappen dann, oder? Ja, ja, ich fühle mich einmal da dagegen, dann musst du wieder rüberlenken, nach links, weil es ja wieder verschoben ist, das Ding, jawohl, jetzt, oder? Boah, was schaffe ich jetzt hier? Boah, nein, was mache ich da? Boah, ich hab's. Boah, Alter. Aber macht Spaß, ist gut, irgendwie. Ist das wieder Rockstar von Rockstar oder selbst gemacht, oder? Nein, irgendwas selbst. Scheiße, hä, wo muss ich denn da hin? Hä, ach, dahinter. Scheiße, Alter, hä, wieso spielst du da nicht da rüber, ey? Loll. Ich bin so ganz nach oben, so, hä, scheiße, Alter. Ja, bin ich auch, deswegen. Ja, ich dachte, auf einmal, hä, so geht's denn da nicht weiter, du musst nach vorne, also nach oben drücken. Oh, scheiße, ich schaff's auch nicht dahinter. Oh, Gott, Alter, nee, mit dem hier im Ernst jetzt, oder was? Hä, aber cool. Das kenn ich schon mal so, auch gar nicht. Das wär auch vielleicht doch so, auch nicht. Oh, okay, das ist so nice. 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 Ja. Ja. Das ist so nice, Mann. Das ist so lustig. Hä? Und jetzt? Ach, da über die Schmerzen. Nein. Du, nein. Du musst, äh, ja, so wie er es macht, also du musst halt so schräg. Ah, von außen, hä? Ach, scheiße, ey. Na ja, von außen müsste da irgendwie da, oh Gott, Alter, was ist das denn, Mann? Das ist ja echt total dumm, der hier. Der ist doch auch da drüber irgendwie, keine Ahnung, wie der da drüber gekommen ist. Hä, wie hat der das gemacht? Hehehehe. Guck da, der macht das auch irgendwie gut, der kommt auch da drüber, hä? Ja, ich bin grad drüber gekommen. Äh, du weißt das, okay, aber du musst da vom Kreis irgendwie rumfahren, oder? Na, du musst, äh, von außen da reiten und dann, äh, aber nicht, äh, reinspringen, sondern so versuchen, dass, äh, halt, hier ne Bein und Reifen nach oben sind. Ja. Oh, scheiße. Oh, echt. Oh, die Fresse, ach so, ah, wahrscheinlich so rüber und dann. Ah, ja, ah, fast, ja, dich, ey. Naja, jetzt weiß ich, ungefähr, wie es klappt, ey. Jetzt mit Vollgas nehmen wir so drüber und dann nach, nach oben drücken. Oh, nein, scheiße, scheißen Dreck, ey, was ist das, Mann? Das ist, Mann, das ist, Mann. Das ist, Mann, 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 das ist, Mann. Da hast du das geschafft, glaube ich, so. Wie gesagt, ich bin langsam rüber und dann, so weit ich runterkippe, dann reicht nach... Äh, das ist, wie so ein Dungearbeiter, ne? Scheiße, ich komme nicht drüber irgendwie. lustig gell ja ich weiß ich komm da aber nicht hin ich kann da aber nicht hin ich kann da aber nicht hin nein schmutz ich kann die aus ich kann die Das ist so geil Das ist krass, ja, das ist so geil Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Das ist Wahnsinn! Aber ist dann das weg. Man, verhindert. Das war's. Scheiße, ich schaffte nicht mehr auf den alten Ding drüber, das kann nicht wahr sein. Das ist schwer, ich schaff's auch nicht. Ich schaff's auch nicht mehr auf den Kopf, ich schaff's auch nicht mehr auf den Kopf. ich habe die liste erstens sicherstellt was wollen wir machen dann vielleicht eine andere ich bearbeite immer gerade noch ein bisschen die bilder und danach drücken dann und dann... boah ok ja ok, das ist so gut dann ja, 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 ich bin drüber boah, endlich, Mann oh, da kommt ja schon wieder so ein Teil oh, da muss ich dann wieder ganz langsam fahren aber der Punkt ist da, das ist schon mal nice ganz langsam springen, dass der da drauf kommt ja, sieht gut aus oh, ja, Mann endlich, ja hätt ich das vorher gewusst, dass man da ganz langsam lenken muss oh, da kommt schon wieder so ein Kreis, oder? oh Gott oh, Mann, warte oh, Mann, warte oh, ja was ist, Mann, warte ich hm, warte ich hm, warte ich ah, ok ah nein, verdammt ach, komm das war so gute wie die 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 Oh, ah! Was ist das denn? Das wäre ein Handy! Ja? Hm? Hm? Da, ich höre, troffener ein bisschen was. Ja? 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 Ich geh kurz einrochen. Ich geh kurz einrochen. Ich bin für heute raus. Ich bin auch müde. Also ich wart eben bis ich da war. Also wieso haben wir das? Ich hab noch gar nicht mehr auf die Uhr. Weil wir die heiße Dissotiererei hatten, aber nicht Dissotiererei in einer Ansicht weise. Aber ich warte immer noch auf die Uhr. Ne, ich leg mich hin, ich bin gleich ein. Oh, alles gut. So, gute Nacht. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ja. 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 Drei Runde ist easy, aber so war's. Ja. Ach diese Scheiß-Korde. Ja, ich bin vor dir. Ja, ich bin vor dir. Ja, ich bin vor dir. Diese Kurven, die man diesen Hälfte schlagt. Ja, ich bin vor dir. Ja, ich bin vor dir. Ja, ich bin vor dir. Ich bin Fünfter, Geil, endlich mal wieder Sechster, ja vorhin hab ich auch noch einen geholt hab ich grad noch geschafft ins Ziel, ja hab ich gesehen, das war ja schon knapp ey mein lieber Schwein, ja ich bin ja aber nicht gefahren, bin so halt zu spät gekommen mal, einer hat schon wieder verlassen, höh, mhm, will ich noch jemand mitspielen, von Zuschauern, kann auch gerne mitmachen, wer Lust hat, hm, wie Zuschauern hast du denn grad noch? äh, 3, erinner bin ich, ach so, ok, ja, dann hab ich noch 2, hm, oder Hunter vielleicht, ja, ich glaub, anders schlafen mal, das müde, ja boah, wie, 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 die List hat genommen hat, Jungen, irgendwas das, ja aber, die war cool, das Rennen war auch neu ja Pant, ähm oh oh, oh, oh Pant, oh oh, okay das Pantoms Pantoms guten Appetit Danke borbius was hat es denn leckeres ähm ich esse ähm Käsennudeln gerade noch da wird das da da würde meine Freunde das ja nicht essen also ich mache da immer dieser zur Nudeln mache ich und da mache ich dann immer dieser Pizzakäse da so drauf und so weise ja das mag sie nicht die mag nicht wenn der Käse zerschmolzen ist das so geil das ist am liebsten ja ich weiß ich mag es ich mag es auch gerne aber sie mag das nicht kommt da nicht ran okay ich finde es nicht schlimm war schön gewürzt noch dazu elpiste mag ich drauf noch ich mag das so eine die anfangs liste anfangs rennen war auch richtig nice gewesen ja nur die eine mit dem wo man drunter da das wo man runde fahren musste das fand ich jetzt nicht so gut aber bis jetzt der Rest gut ja das war ein bisschen schwierig also ein Eeeh! Boah! Hehehehe! Nein! Das kann nicht wahr sein, oder? Drehst du doch mal! Ohoho! Ich hab den da eben weggegeben! Alter! Geil! Boah! Ups! Jawoll! Oh Gott! Geil! Ich hab' aber auch geholfen! Wie das mit 30 Leuten? Boah! Das könnte interessant sein! Ja, alles Kontakt überhaupt! Hehehehe! So! So! Oh! 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 Ja! Du musst rückwärts fahren! Du musst rückwärts fahren! So doof! Das wird ja noch falsch! Hä? Ah! Hehehe! Oh! Oh! Die Welt ist voll auf mich drauf geflogen! Oh! Die kommen alle wieder da raus! Oh Gott, Allah! Ja! Hallo, Flores, kommt! Hey, der andere hat ich geschubst! Ich bin X an die Seite gefahren, ey. Das ist aber voll krass. Ja, ich weiß. Das ist ja richtig cool, die Web, ey. Oh, jetzt ist es wieder Ramm, ja. Ah, ne, doch nicht. Das ist cool gemacht. Wenn die da durchfallen, dann immer, gell? Oh, nein! Ah, es kommt doch gerade bei mir im Gegenteil. Nein, weg! Scheiße! Okay. Nein, das fährt da hoch! Ach, das ist so knapp. Scheiße. Das ist gut. Oh Gott, Alter. Ich siehste ja nichts, ey. Das ist lustig, aber... Was machen wir? Mhm. Oh Gott, ey. Sorry, Jungs. Ich bin mal wieder da. Also die Map ist echt cool. Ja. War gut gemacht. Wow. Das ist voll. Ist ja die Schnute, oder? Na? Komm jetzt! Komm jetzt! Also, ich bin jetzt nicht da! Komm jetzt, ich bin jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Oh, ey, Junge! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die ist echt cool gemacht. Ja. Die müssen wir unbedingt wieder spielen. Die ist echt, echt ist gut. Wenn wir 30 Leute durch können, ist das richtig geil. Boah. Ja. Ah, jetzt höre ich die Zeit. Oh no. Schade. Komm, wir schaffen es noch. Also nicht. Also nicht. Boah. Oder man schafft noch oder nicht mehr. Weiß ich nicht. Nein. Nein. Na, schade. Ja, der Boost so war, sie hat das verlangsamt. Du konntest mehr. Nee, der Boost durch die Bälle. Durch die Bälle halt, ja. Ja. Aber trotzdem, die macht wirklich Spaß. Aber nice, ja. Daumen nach oben, oder? Ja. Daumen nach oben, oder? Ja. 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 Vielen Dank. 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 Ich bin... Vielen Dank. ... 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 sein 8 das andere drei stück dahin drunter ja du Penner ey, die schleich tot, man ja, kräfte Backpfeife trefft die noch nicht mehr ich ja nie ist klar ich schlacht den tod schön wie so ja ich hab ihn drei stück auf einmal runtergeflogen heftig mann naja hoffentlich ist jetzt vorbei oder gleich oder wie lange genug dauert das noch ich hoffe boah zum kotzen ey manchmal boah fliegt der hin das war eine schnelle Runde das war eine schnelle Runde schneller hab ich auch noch nicht gespielt ey HW ich kann halt nicht verstehen wo man das macht also es bringt dir nichts es bringt dem Team nichts ja 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 das war ja 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 ... ... ... ... ... Was ist dann drin, äh? Naja, ist ja gleich rum, sind ja zwei Runden. Naja, dann geh ich auch auf einen. Naja, waren eh schon zwei wieder, gell? Mh, deswegen. Mh, was geht denn da gerade? Ich glaub, das sind wir doch schon mal gefahren, oder? Weiß ich nicht. Bist du morgen netter? Also heute? Äh, das weiß ich noch nicht. Kann ich dir im Moment jetzt noch nicht sagen. Vielleicht vor oder nach Mittag kommt drauf an, je nachdem wie weit ich komme. Also, ich werde jetzt auch morgen nicht so viel machen. Denk mal vielleicht ein bisschen was. Mh, mein Freundin wird dann wahrscheinlich nach Mittag kommen, also ich denk mal schon. Hunde so. Ja, aber nicht so nicht schlimm. Bei mir war ich auch noch net dran ungefähr. Wenn ich komme, muss ich auch noch viel machen. Vielleicht werde ich morgen Mafia Stream machen. Ja. Oh, ja. Geht's ja leider nicht drauf hin. Ne, ist ja ein einzigang. Hallo. Ja, aber dafür ist es echt nice. Ja, das ist die Hauptsache. Moin Moin Ich kenne sie auch nicht Naja, noch nicht, ich kenne sie aber Naja Es ist auf jeden Fall sehr nice gebaut Ja Ja So, wo ist das, sieht das aus, ne Das ist hier Woa Jetzt habe ich aber Glück Okay... 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 Fire is red... Fire will fall into the puppy... Fire will quicker... Fire will turn a light... Fire... Fire will allow a vampire to follow... Fire... Fire will follow... Fire will come to sleep núcle... ich habe mich auch hart erkämpft hier ja ich habe scheiß auto genommen krieger 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 fünf krieger schade schade ja sag mal auf welche zeitverzögerung hast du das ist das ja aber normal wenn du nicht in was über elgato müssen das doch identisch sein oder normal oder es ist auch für 10 überall naja die Verzögerung ist ja eigentlich nur damit du also da baust du eigentlich meistens Frames also eigentlich ja also es gibt Zeitverzögerung von einer Sekunde bis hin zu 30 Sekunden oder 50 Sekunden es ist halt wenn du zum Beispiel manche Games dass halt die Leute die im Gegner Modus sind und die in deinen Streams schauen dass die halt nicht sehen wo du bist oder so darum geht es eigentlich also du kannst es halt immer einstellen aber ich weiß halt nicht wo es ist zum einstellen aber auf jeden Fall freue ich mich schon im April da werde ich auf jeden Fall dieses Hogwarts Legancy ja man ja auf den gibst du schon auf Xbox und so gibst du es auch schon nein das war das war das war Probeversion also du konntest so paar Tage vor ich hab mir einen Tag mal angeguckt das ist so echt krass ich nehme ich ihn nachdem genommen 2 was ja für die Schreibt mir mal einen Tag auf, weil Ottos ist noch nahe wieder. Ja, dann mach das, glaubst du, weil du brauchst du die Auflösung. Die neuen auch, muss ich dir auch aufschreiben. Scheiße. Die müssen doch immer so blöde Führer sein. Das ist voll krass, ey. Oh, shit. Das ist voll krass. Der Oma rutscht weg, ey. Das gibt's dir nicht. Der Oma rutscht weg. Der Oma rutscht weg. Sechster Platz. Jetzt habe ich schon mal ein Ziel geschafft. Ah, die fahren noch. Der eine bleibt schon stehen. Hat schon keinen Bock mehr. Danke. Nummer 12. Nummer 12. Nummer 16. Nummer 17. Nummer 18. Nummer 19. Nummer 19. Oh, Südgros, die Karte. Oh, du hast es. Ja, schlafen dann auf jeden Fall gleich. Ja, schlafen dann auf jeden Fall. 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 Ja. ich weiß nicht was in dem ihr gehirn vorgeht alter setzt das irgendwie aus oder was war aus versehen so kam ja okay aber der skin hier wohnt das ist dumm halt sorry aber ist doch so 3 runden ach so 3 runden auf einer runde gemacht hä ist der schönste runde da oben so 4 e So, auch gut. Ja. Der zweite Platz gehört mir dieses Mal, du kleine Ratte. Ja. Ja. Guck mal den blauen Arsch an, Mann. So jetzt gemacht. Ja. Ich bin der 6. Okay. Ja. Sehr gut. Den einen habe ich auch voll weggerammt, das war mir echt mal, wenn der auch so blöd da standen hatte. Ja. 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 Was hast du hier? Das ist auch schon wieder so ein Zig-zack da. Ja. 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 Auf Play, ich will jetzt nicht deine Escape für den Socken machen. Auf jeden Fall wegkrampt. Piss dich mit deiner Karre hier, man. Hab's eilig. too Nein, verdammte Scheiße, DRECKSPUNKT MANN Weißt du, jetzt warst du schon zweiter, verdammte Kacke Schon zweiter, ja mal Ja, ich bin auch zweiter gewesen, Scheiße, DRECKSPUNKTE Ja, cooles Rennen Ja, da hätte man ruhig noch 1, 2 Runden machen können Ja Dieses Auto da, auch das, wo der Pferd ist, ist so unnötig das Auto, sind die gar nicht dringend Das ist so dumm, das ist so dumm, das ist von der Lenkung so dumm, ja Ja, das ist das Scheiße auch Ich sag mal so, ist... Pfff, das kommt von dem Betrachter, sag ich mal So ist es eigentlich nicht schlecht, ne, das ist ein cooles Auto, sag ich mal Ja, von vorne sieht es gut aus und so, hinter auch, aber so... Ja, aber von hinten... Ja, Mann, das ist... Ja, das... Weiß nicht, das... Ne, ich ruf keine blauen Affen an Die stecke ich ins Zoo, ja Genau, ab in den Käfig Du musst mal schreien, ab in den Käfig, Alter, nicht, wo müssen sie schon den Zoo, Mann Käfig rein und Bananenbaum rein, Ruhe Ich weiß, hm Jawoll, dritten Platz gefestigt Fünfter, hm Ja, guck mal, die Lisse war auch von den letzten Jahren, ne Mhm, so Nicht schlecht, aber So, ich wäre nicht...